Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Da kommt ein Heli. Das ist General Cobrani. Passt genau. Jetzt raus da. Finden wir heraus, was der Mitten im Nirgendwo vorhat. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Cobrani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Cobrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnet der Eskort um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für Sie sein. Ich sehe General Cobrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden. Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Pakete bereit zum sofortigen Abschluss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei, eins, schuss. Pakete ist unterwegs. Erfindung ist gut, wieder fast. Ich benötige manuelle Stabilisierung. Pakete auf Kurs Nord-Ost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster. Check. Kommt Scham 3. Ich habe ein Schlag zu bereiten. Zeit bis zu 4. Fünf Sekunden. Eliminierung in drei. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani. Die Kutzbrigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Herde sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Ruhe? Wen schicken wir? Roger. Die Marines lassen jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Stoke Mechanic. Holen wir uns diese Bastarde-LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten drei Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt zwei Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein... Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend, nur im Notfall töten. Beeilung! Razer 1, Bravo-Einheiten abgesehen. Auf zur Sekundärzeit. Achtung, Razer 1 ist der Fass, stehen unter Beschuss. Beschuss, Täuschkörper! Scheiße, das war gelassen. Zweite Rakete! Razer 1 ist ab! Wir schützen ab! Wartet! Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Alpha ist Bewegungsumfee, kritische Treffer! Scheiße, wir stehen unter direktem Beschuss! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Zum Gebäude vorrücken. Tür aufbrechen? Erdgeschoss gesichert. Keine Spur von Hassan. Verstanden. Erster Stöck gesichert. Roger. Kontakt! Gebäude 2! An alle Bravos! Zu Gebäude 2 vorrücken! An alle Einheiten! Absturzstelle unter Raketenbeschuss aus Gebäude 2! Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten! Wozu was anderes kommt? Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Wir gehen rein. Feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar. Gut gemacht. Der Westen muss für ein Jahr unterbreitlicher Taten düsteren. Zusammen, resignieren den Tod mit General Kobrati. Wir werden an den Tod. Prost. Gebäude zwei gesichert. Roger, auf zur Abstoßstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Wir brauchen einen neuen Helden. Alles in Ordnung? Ja, die Blätter hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Abstoßstelle sichern. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07. Gebäude zwei gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha abverstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Tut euch zu sehen, Gott. Fült den Tod, einer verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Held mit Lagen. Keine Zeit. Sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Angriff! Schlüschen bei der Sauer! Recht gehabt, Lieutenant. Richtig! Hoch mit der Waffe! Hoch mit der Waffe! Sie kommen näher! Sie kommen näher! Wer macht die Rampe, Schaub? Sie kommen näher! Was ist das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 76. Brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07. Luftunterstützung in drei Minuten. Verstanden. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey! Da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Beschuss! In Deckung! Die werfen Granaten! Zwei, drei getroffen! Am Boden! Weiter kämpfen! Eine erledigt! Knall sie ab! Alles ruhig! Alles gut, Schaub? Alles gut! Zwei, drei ist getroffen! Er ist tot! 7-2. Ich brauche dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost! Wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir halten die Position oder rücken vor. Hassan ist noch da draußen. 7-6. Funkt die luftnahe Unterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 0-1. Beschuss in einer Minute. Kilo 0-1 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger! Scheiße! Was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeugen nähern sich. Insgesamt vier. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereit halten. Bereit machen. Mäht sie nieder! Mäht sie nieder! Mäht sie nieder! Mäht sie nieder! Bravo! Ivo 0-1 kommt rein! Nachher! Luft unterstützt auf Station! Mäht sie nieder! Mäht sie nieder! Kilo 0-1! Das waren saubere Ketten! Was ist das? Alles sicher! Kilo 0-1. Keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 7-6! Kilo 0-1 gehen bereits auf! 7-6! Schickt nen Vogel für Verwundeten-Evakuierung! Roger! Macht euch bereit! Hassan ist noch immer das Ziel! Ei! Holen wir uns den Wichser! Alpha, du kommst mit uns! Verstanden, Lieutenant! Los, Bewegung! Zusammenbleiben! Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan! Ei! Du hast wohl recht, Lieutenant! Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Die Flieger sind noch auf Position. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Mann am Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Runter! Magtevisch! Auf den Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Magzouf! Schalte den Schützen aus! Alle anderen! Unten bleiben, bis es sicher ist! Scharfschütze tot! Mehr Scharfschützen auf dem Dach! Schalte sie aus! Verluste? 7.5 am Boden! Wie zum Geier, Seelius! Alcatala hat Nachtsicht! Wir sitzen auf dem Präsentierplatz! Sargent, der Scharfschütze! Habt noch einen! Der Schuss! Gibt uns Deckungshout! Rücken vor! Alcatala hat sich hier verschanzt. Die bewachen was richtig Großes. Wir sind hier draußen aufgeliebt! Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch! 7.6! Und das Gebäude feiern sofort! Go! Wir wissen nicht, wer Passern da drin ist! Wir haben keine Wahl! Trifft das Gebäude! 7.6! Aber zerstör es nicht! 0.1! Fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an! Nicht einstürzen lassen! 7.6! Verstanden! Wir fliegen los! Schnell zur Mauer! Bewegung! Verschmacht! Ein herrlicher Anblick! Gott sei Dank für Luftunterstützung! Fähre-Kopf-Hassan ist noch in einem Stück! Mehrere Stücke tun sie auch! Das erleichtert die Suche! An alle Bravos! Vorrücken und das Gebäude sichern! Für uns rein, Sergeant! Finden wir Hassan! Tod oder lebendig! 7.1! Geh rein! Wo! Korrekt! Oh, verdammt! Das war knapp! Alles klar? Ei! Nein! Das ist er nicht! Geh rein! Endgeschoss! Geh in's, Endgeschoss! Die Leichen! Wir müssen Hassan identifizieren! Sprengstoffweste! Sprengstoffweste neutralisiert! Rücke vor, Endgeschoss! Unterwegs in den ersten Stock! Rücke vor zum ersten Stock! Boah! ilantro! Noch zwei Ziele! Nicht Hassans. Vorsicht, die schleichen hier überall rum. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Wahrscheinlich Hassans. Gute Infos von Leswell. Immer. Schau dich um und sieh, was du findest. Da. Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos. Hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An alle Bravos draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Finden wir es heraus. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltour ist offen. Hab drin was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Habe Kontakt! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Über dieses Lagerhaus gab's keine Infos. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sieh mal nach, ob der Container abgeschlossen ist. Was verdammt ist das? Was ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistischer Raketen. Ein mobiler Werfer. Ja. Wir fliegen tausend Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger. Moment. Bravo 7-6. Charlie and Watcher 1. Bitte komm. Hier Watcher 1. Ich höre. Laswell. Hier Ghost. Wir haben etwas. Was? Hoffentlich ist das Hassan. Ghost. Seht ihr das an? Ghost. Habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07. Hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay. Alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht zwei Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Leswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Käpt'n. Er verfolgt eine Al-Katala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate. Ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Wann bist du da? Knapp eine Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Katala-Boot. Befördert es einen Raketen-Container? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Alles klar, das Wort in Position. Alles klar, das Wort in Position. Al-Katala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem Sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, wir sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap. Noch einer beim ersten Pier. Ausschalten. Bin oben. Bleib nicht zu lange da oben. Da ist ein Patrouillenboot im Hafen. Bleibe unentdeckt. Gers, nimm dir das Patrouillenboot vor. Gers, nimm dir das Patrouillenboot vor. Läger. Ah, weniger. Gut gemacht, Mark. Ah. Wacker 1, ein Bravo. Lagerbericht. Arbeiten uns zum Teil. Wir kommen Boot vor und bestatten Akatala aufs See. Geht so schnell wie möglich hoch. Wir haben vielleicht nicht mehr Zeit schon. Captain, ich hab eine Waffe. Kühlen Kopf befahren. Akatala hat noch ein Patrouillenboot. Hol es dir. Gers, das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Gers, alles klar? Geht nie besser, Boss. Simba, Winner! Gers, nimm dir das Patrouillenboot vor. Erledigt. Gut gemacht, Mann. Feind am Boden. Von denen gibt's noch mehr. Gers, bin beim Frachtbord. Komm her sobald du kannst, aber bleib wachsam. Check, bin fast da. Sicher. Bin gleich da, Sergeant. Du hast verschlossen. Mir nach. Das war, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Berichte mir bitte. Hör mal. Spanisch. Klingt ganz so. Bereit? Kann losgehen. Sieh mal. Lasalmas. Mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Das war, Iran nutzt ein Kartell für den Transport. Gib mir einen Namen, John. Wer ist Almas? Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Der Kahn ist vorm Kartell. Noch mehr Kartell. Sicher. Sein Telefon. Nimm es. Das Kartell trifft sich mit Alcatala. Laswell, such Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Bravo 6 an Watcher 1. Bin im Café in Position. Zwei am Tisch auf 3 Uhr. Einer vom Kartell. Ein Miraner. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Eine Transaktion durchführen. Elektronisch? Positiv. Das Kartell kriegt für irgendwas Geld. Finden wir heraus wofür. Wachen? Wir hören. Die knöpfe ich mir vor. Hab nicht den ganzen Spaß alleine. Verstanden. Kommen wir in deine Richtung. Spritze. Gift? Nicht tödlich. Es setzt sie nur außer Gefecht. CIA-Scheiße. Willkommen in meiner Welt. Benutz die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Ex-Film. Sag wann. Roger. 06. Lagerbericht. Besprechen Abläufe. Wann brechen Sie auf? Heute Nacht. Bleib an ihm dran. Wir müssen wissen, was es ist und wohin es geht. Verstanden. Moment. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Absichtkontakt. Halte deine Wachen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. Glück gehabt. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Ritt aus Sücken! Hey, langsam Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Drücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Roger 1. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP. Unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten? Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei Ihnen. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Café. Gas. Nimm. Was zum Teufel ist das? Täuschgranate. Wird klappen. Zurück zu Laswa. Ziehen wir das durch. In die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschaffen. Da komme ich ins Spiel. Es wird laut in der Gasse. Gass, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Roger. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Kapitän. Beeil dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1. Er hat dich gesichert. Sind unterwegs zu dir. Versteht. Kartell, hinter uns. Deckung, Sergeant. Watcher 1. Wir werden beschossen. Drei Feinde südlich von uns. Sicher. Gass, bring die Spritze. Spritze. Hoch mit ihm. Watcher. Soll zu gehen. Okay, unterwegs. Rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hasan bringen und ihn anfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Körnel Vargas. Stays in Sif Laswell. Ich dachte, wir wären schon Bandu. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell. Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, sie wissen das und genau deshalb machen sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Siani. Okay. Wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft. Habe alles im Blick. Da unten fußt sich bei uns alle Hauptraum. Wir ansetzen in Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerübt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo. Vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro. Lasst Hassan nicht über die Grenze. Verstanden. Ende. Und darüber ist das die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Coronel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Oje, escucha. Das Kartel verletzt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas Kartel. Kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüber kommt? Taktikänderung. Ich zähle vier Feinde. Mach das Licht aus. Ich sehe Hassan. Auf der Mauer. Merda. Er ist drüber. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Merda! Desperado. Desperado. Watcher. Das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Verfolgen ihn. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Sichtkontakt. Negativ. Er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Rodolfo, hier herzudruck. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Das ist mein Garten, verdammt. Willst du dich, gringos? Dann geht es zurück. Wir sind die Leiden. Komm. Dieser Wichser. Por hier. Hey! Was ist das? Das ist das? Das ist das? Der Team ist frei. Der Team ist frei. Move. Das ist aus der Recke. Das sind die dort. Sichtkontakt. Mach auf. Ich gebe den Runden. Es ist aufhentend. Kein die Tür. Au, runter mit der Waffe. Treten Sie zurück. Okay, nicht schießen. Die Männer, die hier durchkommen, wo sind die Kinder? Sie sind da lang. Verstanden, ich schicke die örtliche Polizei. Neugier, stand vor ein Jahr. Neugier, los mehr. Kartellpatrouillieren. Schalten Sie aus. Alles ist er. Despechado. Schau, Sie sind da lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Hier durch. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Mit seiner Einheit, runter! Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. Baraberga, bewachen Sie! Der Mann, der eben hier... Ah, Mierda. Watcher, schicken Sie Hilfe. Ein Zivilist ist verletzt. Würfe, auf geht's. Watcher, fang mit den zweistöckigen Blauen an. Tu einfach, was Sie sagen. Wir klären das. Was soll das, verdammt? Komm jetzt hierher! Das Überwachungslicht ist gerade ausgegangen. Vortreten! Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen! Lokale Polizei. Colonel Alejandro Vargas. Spezialeinheit, wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind Ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir müssen los! Komm in los! Anwenden Sie, die Boxen. Du such das Ende. Ich versperre die Ausgänge. Geh rein. Übernehme die Ausgänge. Entrando. Geh in den ersten Schiff. Geh in den ersten Stock. Achte auf Flüchtige. Verbrenn alles. Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen? Nein. Lass ihn brennen. Wie Gorbrani brannte. Hey, ich seh rauf. Wie ist dein Status? Rodolfo! Ich geh jetzt rein! Koronel nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu! Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen Sie ihn weg. Rodolfo! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Halt ruhig, Bruder! Ich schaff dich! Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele. Und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company seltener als Unterstützung. Mit Ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Schatz und Maccabies! Nenn mich Soap! Lieutenant! Lass mal sagt alles sagen, Ghost! Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug! Willkommen in der St. der Selle. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexico. Das sind Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Tata? Kartellunterschlupf. Zehn Kilometer. Steigt ein. Vamos, muermannse! Está bien, está bien! Das ist mein Stelfvertreter. Sergeant Major Rodolfo Parra. Ich habe Angst, die Fantasmas. Kannst du Spanis? Nein. Das wirst du. Was ist der Truck? Viel Bewaffneter. Hey, hey, tranquilo. Reus. Es ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz, und das sich gegen die Korruption stellt. Verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narkos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier. Wir sind los Paqueros. Die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narkos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Marco Mantas. Kartelldecke. Warnungen von Elsin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? Elsin Nombre. Der Namenlosse. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nichts. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Paqueros mögen es für dich. Mit deiner Maske hast du gut hier reinkaufst. Oje, kass mal da. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts. Wir weichen uns. Wieso? Einige Truppen gehören zu Elsin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Er weiß, er hat Hassan in einem Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da auch. Die Fotos. Beim gesammeln. Kopiado. Feuerflage haben die Baqueros. Wo halten sie denn Hassan? Weißer Zweistöckigerbau am Stadrand. das ist ein listos 321 guter ort um hassen unterzubringen es 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 Vorwärts. Einen umgelegt. Sicher. Sicher wird das Haus. Wir holen uns Hassan. Das Kartell wird ihn schnell wegschaffen. Dann sind wir schneller. Wacht um. Sie sind bereit. Tür. Rechts. Raum gesichert. Gut, Herr Schösser, Mann. Kein Anzeichen von Hassan. Sicher. Was ist mit den Familien hier passiert? Das Kartell bringt Gewalt. Und sie fliehen. Hattet es bereit. Warte. Victor Dos, SS-11. Display a Humo. Estamos mudando al exterior. Kopiado. Lanzando Granada a Dumbo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das Geheimbruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Mirnazo. Wir haben sich Hassan versteckt. Reiß den bitte hier über. Todos los equipos. Lies uns para Contención. Preparen para abrir Brezza. Avanza, avanza. Sicher. Kein Hassan. Erster Stock. Si, vamos. Gehen wir nach oben und holen Hassan. Wenn Hassan hier ist, dann in diesem Raum. Sicher in diesem Raum. Ich gebe Deckung. Wir haben Hassan in der Enge. Kein Hassan. An alle Victors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Entendido. Sie müssen ihn verlegt haben. Wann? Vor kurzem. Kurz einhalten. So eine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Commandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 0-3. Rückzug sofort. Verstärkung. Meine Männer lecken. Sehen Sie sicher. Rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Mr. Rayner. Diese Truppen arbeiten für das Kartell. Sie helfen dem Kartell Hassan zu beschützen. Nicht feuern. Wir versanzen uns, bis meine Männer Cesar sind. Mehrere Fahrzeuge. Truppentransporter. Leicht gepanzert. Nicht teuer. Sehr teuer. Die sind schwarz. Die setzen Schäuze ein. Genut sich Nerven. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir können keine Armee aufhalten. Wir brauchen eine Evakuierung. Rodriguez, Evakuierung anfordern. Kommt ab! Sie, Kommandante. Alle Schuze hier erhalten. Der ist hier. No, so, wir gehen hinter die Grenze. Wir sind nicht in den Eis. Was ist denn hier? Schocken! Kommt ab! Kommt ab! Er bietet sofortige Evakuierung bei der Brücke über den Rio de las Almas. Bitte bestätigen! Bastard! Forrest, da kommen noch mehr. Weiter. So was von Rodolfo gehört? Nein, kein Funkkontakt. Gut, da. Dann weiter. Hildurz. Die Berge blockieren den Funk. Auch da einmal ein Gold gekommen ist? Hoffen wir es. Wie lautet der Plan? Kontakt! Erkennen, Dafa! Armee auf der Ganglinie! Ich hab sie! Jemand getroffen? Negativ. Wir können weiter. Versannen, zu mir. Hier müssen wir springen! Schaffen wir das? Wenn nicht, zerben wir, Hermano. Bitzige, Brunnen, sind nicht weit weg! Wo denn jetzt, Alejandro? Da, der Vorsprung. Es gibt einen Weg den Berg hinauf. Rodriguez, von dem Signal. Negativo. Wir müssen zum Fluss. Gefunden! Es gut, so. Hört ihr das? Wo kommt der Heli? Sie. Sie, sucht uns eine Schussposition. Wir überrasen sie. Wo geht es zur Brücke? Gerade aus, hinter dem Helikoptern. Sie wollen uns den Weg abschneiden. Wir müssen an ihn vorbei. Feuer frei! Ich habe noch mehr! Wir müssen an ihn vorbei. Feuer frei! Feuer frei! Sie können schützen, positioniert, aufpassen! Oben auf dem Hügel, Sergeant. Wir sind unterwegs. Da ist die Brücke. Kein Sichtkontakt zur Evakuierung. Der Funk kam nicht an. Hijo de puta. Wir funken, wenn wir da unten sind. Da lang. Halt auf, wo ihr hintrittet. Diese Klippen sind gefährlich. Du kannst den Weg. Haben damals die Schule geschwänzt und hier gespielt. Dass die Kartelle gekommen sind. Ja. Die Narcos haben alles verändert. Scharfschüsse! Bewegung! Die Armee verfolgt uns immer noch. Wir werden wohl den Wut machen. Du hast uns in eine Sackgasse geführt. Wir springen von hier. Verriere deine Waffe nicht! Du bist dran, Sergeant! Alles okay, Hermanus? Positiv. So. Atme noch. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen aus Deckung nutzen. An alle Einheiten. Hier wiegt der 0,1. Freut mich jemand? 0,1. Hören Sie! Verhole! Hören Sie mich! Das! Nutz nur die Felsen aus Deckung! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3! 2, 3, 4, 4! 2, 3, 4, 5! 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 12, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 16, 17, 17, 18, 17, 19, 17, 24, 15, 16, 17, 20, 17, 16, 17, 18, 17, 18. Den Fluss entlang. Los! Mein Verfolger, rechnen Sie unter. Der Fluss bremst uns, Kumpel. Vorne wird es flacher. Schwimm weiter. Bewegung! Wir müssen nicht hinbleiben und evakuieren. Gegen diese Panzerung richten wir ein Schweiß aus. Hier ist Shadow 1. Greifen die Brücke nördlich eurer Position an. Na, Feuer! Wer ist das? Commander Graves! Shadow Company! Sie gehören zu uns! Shadow 1! Carbon Moon Team! Gut geschossen! Schreffer! Alle Einheiten! Keine Fallbewegungen registriert! Ihr seid sicher! Schön, euch zu sehen, Jung! Gleichfalls, Kumpel! Da lang! Graves! Wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden! Verstanden! Achtung! Womöglich haben wir Hassan geortet! Zwei Kilometer nördlich eurer Position! Das ist Kartellland! Sie haben dort eine Anlage! Alle rein! Los geht's! Ich fahre! Seid ihr bereit, Hassan zu schnappen? Mit Feuerschutz von oben? Tüten wir den Mistkerl ein, Graves! Verstanden! Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor! Shadow 1 Ende! Na los! Die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation! Kurs auf die Anlage! Roger! Offizier! Eine Hand auf den Knopf! Wir fangen gerade erst an! Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle! Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran! Zirk! Funk, ich will General Shepard! Ich bin dabei! Shepard ist lang, Sir! Gold Eagle, hier ist Shadow 1! Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1! Sprechen Sie! Ich musste Ihre Jungs retten! Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben! Dafür sind Sie da! Und jetzt die gute Nachricht! Wir haben was! Zu Hassan! Sind im Anflug zur Zielposition! Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch! Das wollte ich hören! Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist! Alles klar! Ende! Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten! 141! Sind jetzt eure Brüder! Sie gehören zu uns! Erledigen wir das, ja? Ja, ja! Okay! Ghost Gears, Shadow 1! Wir sind jetzt über der Anlage! Warten auf Sichtkontakt! Shadow 1, Bravo 07! Wir markieren unsere Position mit dem IR Laser! Over! Verstanden, 07! Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben! Kartellschutz! Es gibt viele Verstecke! Graves bietet luftnahe Unterstützung! Wir sichern die Gebäude! Stolten! Markierung setzen! Shadow 1! Wir sind östlich der Anlage! Wurde du markiert! Waffen ab! Bestätigt! TV, Verbündete sind mit IR Laser markiert! Sichtkontakt bestätigen! Shadow 1, Bravo 07! Wir setzen IR Markierungen! Habt ihr Sichtkontakt? Over! Sichtkontakt zu Verbündeten bestätigen! Sicht bestätigt! 07! Markierung bestätigt! Shadow 1, Achtung! Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs! Ihr deckt außen! Wir sichern die Gebäude! Verstanden? 07! Verstanden! Bewaffnete Wache! Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt! Bereithalten! Verstanden! TV, scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache! Finden wir diesen Mistkerl! Zwei Unbekannte, südlich der Stelle! Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen! Bestätigt! TV, verfolgt das Fahrzeug! Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg! Vor ihnen sind Unbekannte! Sieht nach noch mehr Bauern aus! Warte! Sieht ihr irgendwelche Waffen? Negativ! Keine Waffen! Keine Wachen! Verstanden! Scannt weiter! Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten! Shadow 1, wir haben Ziele im Gewächshaus nordwestlich von uns! Markieren jetzt! 07! Keine Sicht auf das Ziel! Wie lautet der Befehl? Der Arme-Komboy holt auf! Wir gehen rein! Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier! Graves, grünes Licht für den Außenangriff! Wir sichern dann die Gebäude! 07, verstanden! Haltet eure Köpfe unten! Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten! Nicht auf die Gebäude feuern! Verstanden! Nur bewaffnete Einheiten! Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren! Machen wir etwas Musik! Alle Shadows, Feuer frei! Ziele überprüfen! Zivilisten im Gebiet! Nicht auf die Gebäude feuern! Treffer! Treffer! Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität! 07, alle Sichtbaren Ziele ausgeschaltet! Over! Shadow 1 bestätigt! Wir sichern zuerst die Stelle! Markieren jetzt! Ziel erfasst! 07, Markierung bestätigt! Grünes Licht! Weiter! Shadow 1, wir bewegen uns jetzt! Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid! Shadow 1 bestätigt! Soap! Sichere die rechte Seite! Hei! Vorstoß! Wachen Sie! Wachen Sie! Wachen Sie! Das ist der historische Selle der Salma! Ich muss der Puster! Auf Flüchtiger achten! Hundekatte kommen gerade aus den Staten! Gerne nach Master! Gerne nach! Hast du Sichtkontakt? Negativ! Feind getroffen! Graves! Negativ für Hassan! Bereiche! Truppen! Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden! Feindliche Truppen belegen sich auf die Stelle zu! Graves! Wir sind raus! Ghost verstanden! Wir füllen auf dem Gebäude raus! Sieb nach Norden! Macht das Gebäude flach! Jetzt! Roger! Unterwegs! Z1, gut geschlossen! 07 verstanden! Nachfolger! Brücke zum Gebäude aus dem Westen vorderen! Weitere Truppen im Grundhals! An alle Einheiten! Begegnete im Gebäude aus! Kontakt! Nicht schließen! Hassan könnte drin sein! TV! Hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Versteht dich! Zur Gruppe! Nicht die Gebäude angreifen! Feuer einstellen! Kontakt! Nicht schließen! Hassan könnte drin sein! TV! Hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Versteht dich! Sekunde! Kein Sichtkontakt zum Ziel! Anscheinend nur bewaffnete Einheiten! Ghost! Halt deine Leute zurück! Kraft! Versteht die Wegsaussahen! Verstanden! Shadow 1! Guter Treff aufs Ziel! Wir rücken vor! Georgia 07! Wir sind am Arsch! Aus! Scheiße! Wo steckt der Fixer? Wir müssen ran, da geschehen! Shadow 1! Nicht schießen! Nicht schießen! Shadow 1! Wann trifft dieser Konvoi ein? 07! Konvoi ist sechs Kilometer entfernt! Beeilt euch und sichert Exfiltration! Ich kontaktiere Rosolfo! Macht das! Bewegungen der Anlage! Graves! Bereiten Exfiltration vor! Achtung! Die Anlage ist unser letztes Ziel! Bestätigen! 07 bestätigt! Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben! Shadow 1! Tumpe an! Halt bitte die Tumpe an! Nein! Shadow 1! Die Stiele sind beim Wasser vor uns! Ghost hat der Wiss! Erfacht! Auf Aktivität achten! Gesichert! Los! Da regt sich nichts mehr! Wie ist dein Status? Ihm geht's gut! Die Kugel steckt im Platzer! Bestätigt! 1A Luftunterstützung! Verstanden! 07! Achtung! Bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt! Verstanden! Verschafft uns Zugang! Wir machen euch die Führer auf! Sekunde! 1A Luftunterstützung! Guter Treffer aufbeziehen! Ghost, Tür ist offen! Ihr könnt weiter! Verstanden! Rücken vor! Feindliche Einheiten auf dem Hof! Gib unseren Leuten Feuerschutz! Ghost, keine Bewegung registriert! Verstanden! Wir rücken jetzt zum Eingang vor! Roger, wir sehen euch! Achtung! Konvoi ist drei Kilometer entfernt! Vereis euch! Bestätigt! Alejandro! Was ist mit der Exfiltration? Noch fünf Minuten! Das wird knapp! Also dann tun wir's! Brechen durch! Was ist mit der Exfiltration? 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 Shadow 1, Hassan ist identifiziert! Er geht nach oben! Grave, er verletzt den ersten Stock, im Nordwesten! Zielpersonen sind in der Weise identifiziert! Ja, das ist Tassas! Meerfeindliche Truppen auf dem Hof! Ich konnte das nicht! Ausreiten! Shadow 1, wir haben Hassan ist identifiziert! Nicht die Gebäude angreifen! Er ist reingelaufen! 07, verstanden! Wir geben euch Deckung! Zielpersonen sind jetzt drin! Südwestliches Gebäude! Runter! Runter! Sofort! Wer sagt ihr, Tassas? Ich sehe keine Spezialeinheit! Du kommst mit uns! Shadow 1, Bravo 07, Jackpot! Ich wiederhole, Jackpot! Zielpersonen in Gewahrsam! 07, verstanden! Wie steht es um die Evakuierung? Jedes Weg soll eins sein! Evakuierung ist zwei Minuten! An alle Shadows! Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet! Roger! An alle Einheiten! Achtung! Konvoi nähert sich dem Zielgebiet! Bestätigt, Shadow 1! Gut beobachtet! Alejandro, wie geht's weiter? Die gehöre zum Gartell! Wir haben Angriffsfreigabe! Shadow, Praticon! Verstanden! An alle Shadows! Mexikanische Armee gilt als feindlich! Tivi, du hast Feuerfreigabe auf dem Konvoi! Gute Angriffe! Alle nach! Ich bin mein Juni-Kotter! Ihr habt kein... Halt die Schnauze! Wir werden dir bezahlen! Immer zur nächsten Zeit verraten! Hätte deinen Arsch nicht zurückgelassen! Wir könnten auf Widerstand schlossen! Wir haben Luftunterstützung! Wir schaffen es! Das war's! Los! Shadow 1! Paket gesichert! Es geht zurück zur Basis! Köder auswerfen und an Land ziehen! So will ich das haben, Shadows! Oh, ich liebe diesen Scheiß! Und Funkverbindung zum General! Chat! Graves, ich höre! Gute Neuigkeiten! Und Org! Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis! Beeilung! Wir können ihn nicht lange festhalten! Roger! Nähren uns an der Stadt im Norden! Warten ab! Achtung! Verbündete haben auf der Straße gehalten! Alle Einheiten! Was dauert denn da so lange? Zero 1! Aktivität an der Tankstelle voraus! Könnte Kartell sein! Markieren jetzt! Okay! Wir erkunden das Gebiet! Bereithalten! TV! Wir brauchen Sicht auf die Tankstelle! Pronto! Sicht bestätigt! Navigation! Overlay-ID auf Tankstelle platzieren! O-ID platziert! Mehrere Unbekannte im Gebiet! Scan nach Waffen! Sieh, ob das Kartell Ärger will! Keine Waffen gesichtet! Mehrere Unbekannte südlich der Tankstelle! Sieht aus wie ein Markt! Okay! Overlay-ID platziert! Haben wir Feindaktivitäten? Negativ! Scheint alles sicher zu sein! Packen wir die Sache an! Alle Einheiten! Keine sichtbaren Gefahren im Gebiet! Vorrücken! Zero 1! Was dann nennen wir Rücken aus? Rolfo! Los geht's! Alle Shadows! Bootenteam ist in Bewegung! Gebt ihnen Deckung! Da überquert einer die Straße! Hast du weniger treibt er da! Shadow 1, wir haben hier ein Problem! Gehr, steh weg! Rodelo, Rodelo, fahr herunter! Verbündetes Fahrzeug getroffen! Sie liegen bei der Kreuzung! Raus! Nicht schießen! Nicht schießen! Bewaffnete an der Kreuzung! Das ist ein verdammter Hinterhalt! Die Wehe an den Abzug schützt unsere Leute! Verbündete scheinen sich zu bewegen! Deckung! Deckung! Alle Einsichten, Nahfeuer! Erstattet Startungsbericht! Die Wehe an den Abzug schützt unsere Leute! Alle Verluste! Hassan ist gesichert! Okay, wir verstanden! Jornowagas, wie lautet der Befehl? Zero 1! Die Wehe an den Abzug schützt unsere Leute! Verbündete betreten das Restaurant! Navigation, das Gebäude markieren! Sicher! Aufpassen! Zivilisten verlassen das Einsatzgebiet! Sie suchen das Weite! Besser für Sie! Die Wehe an den Abzug schützt unsere Leute! Die Wehe an den Abzug schützt unsere Leute! Die Wehe an den Abzug schützt unsere Leute! Die Helikopter! Robiado, hier ist Victor 3-1! Erbitte sofortige Evakuierung! Aktuelle Position auf dem Dach des Restaurants in Olmeda! Im Osten! Aktivität aus dem Rügel! Raketenwerfer! Runter! Shadow 1! Stehen unter Raketenbeschuss von Osten! Demarkiert! Verstanden! Raketenwerfer ausgeschaltet! Raketenwerfer gesichtert! Raketenwerfer gesichtert! Verstellt mal die Kirsche! Okay, Kirche! Die Wehe-Kartelle angreifen! Aber nicht auf die Kirche feuern! Da können Stivilisten anfallen! Hesse 3-1 ist fast da! Fünf Minuten! Gute Angriffe! Alle einreißen! Die Flöger sind unterwegs! Fünf Minuten! Beschuss! Schau! 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 Mehrere Kartelleleute bei der Tankstelle! Gut geschossen! Da sind welche unterwegs zur Tankstelle! Das Kartell ist in der Nähe der Tankstelle! Zurück am Abzug! Wir werden mit dem ersten Schau! ICH! Ich komme nicht auf meinen Leuten! Sie sollen nicht auf uns schießen! Ich komme an! Achtung, Vorräte sind knapp. Munition sparen, Sergeant. Status? Hassan ist sicher. Und er ist immer noch eine Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kriegswaffen. Bravo 7.1, Erlaubnis Hassan, das Maul zu stopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwesten. Beschuss! Südwesten, der Fußballplatz. Verstanden. TV, diese Mörser-Stellungen angreifen. Landschafteam ausgeschlossen. Nett. Waffe bereit. Feindliche Versorgung zu besten. Angrifffreigabe auf alle. Gut erschossen. Luftabwehr gesichtet. Es ist ein Fußballplatz. Soldaten bewegen sich jetzt nach Nordosten. Gut erschossen. Alephandro, wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leer geschafft. Nur eine Minute. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Luftabwehr nähert sich aus Südwesten. Verstanden. 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 Sie fänden alles, was sie haben. Wir setzen der Korruption an nur einem Nachmittag ein Ende. Noch drei Maratinen. Luftabwehr team zerstört. Ich hab noch zwei. Ich bin gerade selber in Schulgebäude. Was wird geschossen? Wir nehmen uns noch Körnjau. Verstanden. 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 Die Panzerfahrzeuge bewegt sich auf der Straße nach Norden. Wir wurden erfasst. Ich schaue Schaden raus. Rakete hat uns geholfen. Neuerkopfate! Meine sind Schaden zu den Gebäuden. Ab ihre Luftabwehr. An alle Einheiten hier Headshot 3-1. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 30 Sekunden. Edge 3-1, hier Shadow 1. Bestätigt. Verbündete auf dem Dach des Restaurantgebäudes. Die Landeszone wird heiß. Wir bleiben auf Position und geben Deckung, okay? Verstanden. Wir sind unterwegs. 3-1, Ende. Abflug in 30 Sekunden. Verstanden. Luftabwehrteam. Nördlich der Brücke. Scheiße, leer! Hier, das Letzte! Rakete! Rakete! Habt Ihre Luftabwehr. Halt vor, war raus. Graves, unser Ausgang wird von einem Panzerwagen blockiert. Erbitten Luftunterstützung. Die BW, die Fahrzeuge angreifen. Die BW kapieren, dass Hassan mit uns läuft. Wir werden markiert. Achtung, in Luft. Luftabwehrteam. Zerstören die Brücke. Luftabwehrteam. Zerstören. Mehr Panzerfahrzeugen über die Brücke. Rauswärte. Fingern vom Abzug. Fingern für 3-1. Wir sind auf Position. 3-1, verstanden. 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 Wir sind auf sicherer Position. 3-1, verstanden. Abo 07. Evakuierung ist da. Letzter Ausgang des Gebäudes. Sie warten auf euch. 0-1, verstanden. Wir sind unterwegs. Stop! Stop! Ruzi! Wir verschwinden! Los! Okay. Bin unterwegs. Kopiado. Das sei Dank. Verstanden. Bravo 07. Landeszone gesichert. Fortraben. Verstanden. Sind unterwegs. Alle rein! Das sollte dem Kartell eine Lehre sein, ja? Oh ja, Herr Mann. Sie haben heute mehr als nur Soldaten verloren. Und zwar ihren Ruf. Das bricht sich schnell in der Jalmers rum. 3-1, sieh bereit. Shadow 1, Hedger 3-1. Einhalten und Fracht sind gesichert. Kieren zur Basiszauung. IH 3-1 bestätigt. Shadows rücken ab. Auf die Knie. Und? Klarer Empfang? Kristall klar. Alles klar. Okay. Wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard Mittelalter Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kutsoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung. Oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jeder... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen. Alla uacht uli khadil ala musa atak. Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares, Laswell. Ich arbeite daran. Moment. General, lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber... Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn. Das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. War was auf seinem Telefon? Positiv. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Los! Gehen wir! Watcher 1 an Bravo. Bin in Position. Einen halben Kilometer vor der Küste. Gebäude erkennbar. Status? Wir sind in Schutzposition. Sicht auf zwei gehoffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Ausschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas. Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo. Der Status? Treffer, Watcher. Zwei tot. Sehr gut. Rück vor und seht, was ihr herausfindet. Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Watcher an Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Last War. Kartellwachen im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Warte. Zwei links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Abgekratzt. Säubere Schüsse. Vorrücken. Bleib bei mir. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterhalter. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tonne unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Markus um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Gas runter. Warte, aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Versteck die Waffe, Gas. Versuche ihre Wege voraus zu ahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Versteck die Waffe, wenn du ausweichen kannst. Warte, da sind noch zwei. Benutze dein Thermal-Visier. Ich hab sie. Du hast ihn. Ich den anderen. Hab ihn. Guter Scheiß. Wir können weiter. Runter, Sergeant. Gess, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor. Sicher, drinnen ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Bist du froh, wieder im Einsatz zu sein? Ich bin hier, weil das vor meiner Nase passiert ist. Ich muss wissen, wie. Wir nehmen uns bekannte, wahrscheinliche und verdächtige Ziele vor, Kate. Ihr trifft alles zu. Durch beiden würde ich jederzeit ein Schützenloch teilen. Klären wir diesen Mist auf. Wenn eine dieser Raketen eine Stadt trifft, werden Menschen sterben. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Wir bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Lassur. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Heilige Scheiße, Käpt'n. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fang mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Er ist ganz allein. Kompensiere dreieinhalb Striche für Geschossabfall. Hab ihn getroffen. Noch ein toter Narko. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist allein. Vier Striche Geschossabfall. Ausgeräuchert. Gut geschossen. Es ist nur er. Dreieinhalb Striche. Volltreffer. Vorzeitiger Ruhestand. Er ist allein. Dreieinhalb Striche. Das war knapp. Er hatte die Leiche fast entdeckt. Du nimmst einen, ich den anderen. Drei Striche. Sauberer Treffer. Wir haben's noch drauf. Auf dein Zeichen. Zweieinhalb Striche. Direkt ins Ziel. Saubere Schüsse. Er ist ganz allein. Drei Striche. Erwischt. Schlechter Tag, um ein Narko zu sein. Es ist nur er. Drei Striche. Ein Todesfall. Er ist am Boden. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Drei Striche. Das war's. Guter Scheiß. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Moment. Drei andere sehen ihn. Die könnten weggehen. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehm den anderen. Vier Striche. Das war's für ihn. Verdammt guter Schuss. Er ist allein. Dreieinhalb Striche. Eliminiert. Sein Tag ist vorbei. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Das Kartell beißt ins Gras. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Nichts. Drin. Musik. Drei. Drin. Drei. 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 Versteig. Drei. 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 Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Er ist ganz allein. Eineinhalb Striche. Ah, bei der Arbeit einfach umfallen. Mieser Tag im Büro. Schalte ihn aus, ich nehme den anderen. Zweieinhalb Striche. Hab ihn getroffen. Wir haben's noch drauf. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hineinzufinden. Ich geb dir Deckung. Gehen wir zusammen. Zwei sind besser als einer, nicht wahr? Negativ. Du brauchst Deckung und ich bin der bessere Schütze, Sergeant. Los jetzt. Roger, verstanden und bestätigt. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn Sie Raketen transportieren, sind Sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Hoffentlich ist es letzter Moment. Gas von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Versteck die Waffe, Gas. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht raus bist, wirst du es bekommen. Wer ist alarmiert? Scheiße, da kommen sie. Er ist am Boden. Getroffen. Du bist sicher. Gut gemacht, Sergeant. Danke für die Hilfe. Du machst die Schwerstarbeit. Schön, dass es einer merkt. Ist ein gutes Training. Wir trainieren? Wir trainieren immer, Sergeant. Das stimmt. Du kannst die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen. Verstanden. Bin unterwegs. Mehrere offene Tore um das Hauptgebäude. Bin durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Auf dem Dach. Wir brauchen Deckung. Hier oben, Arschloch. Einer getroffen. Treffer. Das Lagerhaus ist gesichert. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was siehst du? Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Es scheinen fünf zu sein. Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit einem Schalldämpfer-Scharfschützengewehr aus. Pass auf die Türen auf, gell? Er hat einen Schuss gehört. Das macht zwei. Scheiße, da kommen sie. Drei erledigt. Zählen kannst du. Bist du jetzt etwa frech? Nicht machen wir Spaß, Käpt'n. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Jungs. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit Ma'am. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Gleiches Spiel, Gas. Du kannst Träumstürm, die Oberlichter nutzen oder Träumgas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Geht, Geht, Geht. Geht! 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 Geht, Geht! Tod von oben, Wichsler. Schütze eliminiert. Tod von oben, Wichsler. Ich hab noch eins. Bruthaus ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seh dich um, vielleicht findest Du was. Okay, bin dran. Was zum Henker? Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Hab was gefunden. Was? Blauphausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Leuchtturm, mir nach. Jungs, weiter. Wir sind ein kleines Team. Wenn Sie Verstärkung rufen, wird es schnell unbequem. Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen, sonst wären wir mehr. Das stimmt, Kate. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharf, Schütze. Das ist dein Ding, Captain. Bravo, Hanwatcher. Wir sehen den Fuß des Leuchtturms. Positionieren uns hier. Scanne das Gebiet durch dein Visier. Sie tragen Panzer an. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Wir müssen das Kartell von diesem Ziel entfernen und vorrücken. Ich hab's, ein Freund. Zwei Striche. Direkt ins Ziel. Saubere Schüsse. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Auf dein Zürchen. Zweieinhalb Striche. Sauberer Treffer. Wir haben's noch drauf. Es ist nur er. Zweieinhalb Striche. Was war's für ihn? Die Jagd der Sicarius ist eröffnet. Zweieinhalb Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Netter Schuss. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Ausgeräuchert. Das Lassaner, das Kartell hat offene Stellen. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Abgekratzt. Netter Schuss. Es ist nur er. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Im Ernst, Kyle. Warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Zwei Striche. Ab ihn. Guter Scheiß. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Bin in Position. Zweieinhalb Striche. Eliminiert. Genau wie ein Profi. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Er ist alarmiert. Getroffen. Das war knapp. Wie wär's mit etwas Vorsicht? Du rückst zum Fuß des Leuchtturms vor. Ich geb dir von hier Deckung. Ah, ich bin wieder dran. Beim ersten Mal warst du so gut. Gas. Auf der Straße da unten tut sich was. Sie halten an und steigen aus. Versteck die Waffe, Cass. Du bist sicher, Cass. Gut geschossen, Sergeant. Danke. Captain, diese Typen, diese Typen sind nicht vom Kartell. Raswell, hörst du das? Verstanden. Ich vermute, es ist Al-Katala. Hassans Männer. Wenn Hassan Soldaten hier hat, dann läuft irgendwas. Oder Leaf. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. Was zur Hölle? Nach, brauche Deckung. Einer getroffen. Garage sicher. Durchsuchen. Ich hab was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay, bin dran. Das wird immer mehr endlich gemacht. Dass sie gentlemen hinter dir Solo einschärten. Dzall zuburg. Alles russisch. เร GEOR Keben, Leute. Alles russisch. Das war's für heute. Hab noch einen! Einer getroffen! Was siehst du? Tote Feinde und unzählige Pakete voller, was auch immer, Drogen vermutlich. Raketen. Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da, Gas. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in diese Tunnel finden. Drogen. Drogen. Komm mal rein, Gas. Nicht feuern. Verstanden. Such einen Weg in dieser Tunnel. Vielleicht hinter irgendwas an der Wand oder im Boden versteckt. Findet den Tunneleingang, Jungs. Such weiter. Der Tunneleingang muss hier irgendwo sein. Such an den Wänden. Ich prüfe den Boden. Ich habe hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay. Kate, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Sieh dir das an. Jackpot. Zur Info, Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Mirna. Steige ihn ab. Kartelle lieben Tunne. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ganz schön weitläufig. Muss zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bei einem Gefängnis. Endlich. Sicher. Endstation. Sieh dir das an. Ein U-Boot. Was zur Hölle? Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schafft's nie über den Atlantik. Kate. Wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen. Keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay. Wir kommen. Gas. Richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatraz. Sie haben Waffen. Kontakt. Greifer an. Kate. Scheiße. Sie äußern. Kate. Kate. Last one. Fuck. Scheiße. Ich seh nicht was da los ist. Sie hatten sie umzingelt. Kein Ausweg. Alcatraz ist an Bord. Sie wollen das Boot oder mich. Auf Polis. Auf Polis. Ich will das von dir wie der Waffe. Enderlein ist das Lamm. Kutuha. 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 Sie sind auf dem Al-Katala-Boot. Sie entführen sie. Sie haben sie, Captain. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Na los. Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's. Geh. Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Ur-Sigstan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almazra. Sind sie im Untergrund, verlieren wir sie. Wir führen das Team an. Das werden sie nicht tun, John. Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavallerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sandtour. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. In zwölf Stunden ist sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Laswell würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Alcatala in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Die kann ich nicht. Kommando, Alcatala ist hier. Okay, ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Kapitän, die Zeit ist reif. Roger, Landung in eins. Kommando, Alcatala ist unterwegs. Das geht los. Erschatten. Sieht über der Landezone. Gut. Bring ihn runter und warte. Gers, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger. Ich schaffe euch Platz. Holen wir Leswell. Hey, alter Mann. Farah, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Nick. Grünes Licht. Achtung, entweder. Punkt, check. Empfange. Check. Warten deutlich. Der Alcatala-Konvoi hat uns spaziert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Leswell zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Alcatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern wir Leswell, bevor Akku die Grenze erreicht. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auf Zivilisten. Kärnten. Wir sind in Reichweite. Alle Einheiten. Feuer frei. Jetzt wissen sie Bescheid. Sie sind am Boden. Weiter vorbegründet. Ich bin mit Lehm. Ossenschirme. Die Jutta hat Feuer. Zwei AQ-Trakt voraus. AQ-E-Pickup. Absicht, Kontakt. Becken Sie, holen Sie, holen Sie! Sie ist schon mal ein Vergieß. Der Basten ist gepanzert. Sieh nach die Kopf, Sacken! Sie ausgescheitert. Sieh nach den Kissen, Sacken! Er wird tiefen, Zeit hinaus! Dafa ausgeschaltet. Sie scheiße! Vorwärts! Pass mein Pickup auf! Garen Bündete an Bord! Verkaff uns etwas Freihauß, oder? Genau wie früher, Kaptain! Backward! Was zum Teufel! Der AQ-Trakt voraus! Wir, AQ-Trakt voraus! Die Fischer sind gepanzert! Die Gängstatt, Sacken! Nichts beschossen! Entschuldigen! Zucker, wir sind getroffen! Danke! Scheiße! Scheiße! Wegstatt uns bei rechts! Kerstin, er ist gestillt! Willst du was? Der Sergeant! Er ist weg! Ich bin nicht tot, Bick! Ich hänge an einem verdammten Seil! Zeitliche Scheiße! Rüfe! 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 Ja, Pistatt schott uns! Wenn Sie nicht beschäftigt, Käpt'n! Hör gar nicht nichts! Du musst dich losschneiden! Hör gar nicht nichts! Rüfe! Rüfe! Rück in den Kopf, Sergeant! Der Konvoi hängt uns ab! Wir müssen uns beeilen! Alle Einheiten! Ich habe ein Fahrzeug! Der Angriff und Neue ist noch in Sicht! Verstanden, Gap! Söhne weiter die Herde aus und dringst du Lassroor vor! Ich schicke ihn der Soldaten, Sergeant! Verstanden, was ist deine Position? Wir holen auf! Sechs Ende! Von hier steht eine frühe Entlastung an den Fahrrad-Soldat! Ja! Ja! Sehr viel! Verdammt! Samas' Freunde wurden gerade getroffen! Wir sind zum Kämpfen Ihres Starches! Das ist Friedrich auf den Feind und finde Lasswell! Nick, was siehst du? LNG vor der Luft! B flat, was siehst du? Dann! Ich bin jetzt jetzt auf! Ich bin jetzt der Maske, was siehst du? Sie schūr auf! Jä голde! Na, ich bin jetzt auf! Herkommt! H 있거든요. Alls! Erkommt! Du siehst du? Es ist gut! Du siehst du? Ich bin jetzt auf! die Schlange, du siehst du? Das geschaut! Verfolge den Konvoi nach Westen. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Gerd, Nick, meine Speer-Mäden. Nettig, ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Machen wir sie. Heute nicht, Jungs. Nick, ich bin durch. Verstanden, Sanchez. Achtung, auf der Straße vor die Istmuss los. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhölter mit. Minen vor Ort, Sanchez. Wo kommen diese Minen her? Von einem Strat vor dir. Vorsicht! Akku drückt Sie die Nisten. Wir müssen den Zack ausschalten. Du nährst dich dem Latter mit den Dienern. Bestätigt. Minenproblem ist gelöst. Das hat er. Sanchez, ich bin durchsaschot. Oh! Was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Ich bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas! Captain! Alcatala hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's! Schön, dich all wiederzusehen. Nimm den Granatwerfer. Sergeant, der Granatwerfer gehört dir. Nimm ihn! Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen Leswal näher. Also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Farah. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain, Alcatala kommt uns entgegen. Sie versuchen, uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Komm! Parah! Aufpassen! Gas! Greif sie mit dem Bluffer an! Verstanden! Bin dran! Direkter Treffer! Guter Schuss! LFG, rechte Seite! Ja, du noch! Es ist im Ohr mit, woher jetzt! Hab ihn erwischt! Gut gemacht! Captain, der Korn rückt sich das nicht ab! Wir nehmen eine Abführung zum Fuglänze! Verstanden nicht! Bleib an ihm dran! Pass hinten auf! Aus schalten! Parah! Bleib dran! Wir sind nicht bei euch! Feuer weiter auf diese Fahrzeuge! Mit der Kuh-Laster! Hinten ist frei! Nick, siehst du Les Wolts Fahrzeug? Ja, Captain, aber das sind jede Menge Alcatraz, überlassen nicht aus! Überlass das uns! Verlier sie nicht, Nick! Sechs Ende! Papus' beste Soldaten bewachen Laswell! Wir kommen näher! Wir müssen uns verteilen! Gers, schnapp dir ein Fahrzeug! Wir greifen sie von allen Seiten an! W Ah! 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 Weißliche Rakete! Er hat sich an, wie sie erst sagen! 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 Er rauf mich, damit du rüber kannst! Verstanden! Oh! Oh! Der Mist! Ich bin in Position! Okay! Mach dich bereit! Jetzt, Sergeant! Seid auf den MTB! Oh! Er hat sich an, wie sie ist! Okay, Nikolai, blockiere sie mit dem Heli! Aufpassen! Lasswell und Nikolai sind vor uns! Verstanden! 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 Okay! Have you made me get einenmeden? Ches! Wir slash! Verstanden ist weg! Ches drüber! kontrollieren sicher es ist vorbei vorbei ein familientreffen sieht so aus fahrer gleichfalls ihr alle wir sind in der masa hier ist es nicht sicher abmarsch der kapitel hat recht schade aus auf position ok alles bereit hier die platz zum landen auf dem dach zwei wachen im blick am vordereingang mitgeleid ich sehe es auch moment der wahrheit sehen sie ihn ja jetzt schon sie führen ihn ab der junge hat eier hoffentlich praktisch und alle handel nam es ist sie sind ja wie heißt er hier man nennt mich so also was ist so überhaupt für ein name gehen wir ich möchte zu wer ist er möchte gern zum boss du lebst nur weil du vielleicht informationen für uns hast hoffentlich sind sie gut guero sonst skypeere ich dir gleich den euro vom verfickten kopf scherb dich aus meinem aufzug das ist mein haus das ist du triffst den boss erst wenn ich es sage halt die klappe bis man dich fragt und mach's importante sag die scheiß wahrheit denn wenn du lügst bist du hundefutter was zum teufel wird das hier ich bin seit tagen wach der boss sagt keine drogen die ego ich will mich nur wach halten ok der teute die verdammten regel der schmerz hält dich wach zurück an die arbeit las elmas ist im krieg du willst gewinnen dann gehorche so überlebt die organisation und deswegen ist der boss heute hier sin nombre ist hier unten nein sin nombre es persönliche sicaria ist es valeria ayuno mas un gringo ja setz dich wer ist das er heißt so er kommt zu uns so sicher und du lässt ihn rein einfach so sagt er hat informationen pendejo die mierda wir kennen ihn nicht und er sieht unsere gesichter valeria ich bin sicher er könnte uns helfen er weiß bestimmt etwas das will ich doch wirklich für dich hoffen denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem stuhl doch niños es ist simpel ich stelle fragen und ihr sagt die wahrheit lügt mich ja nicht an wir haben neulich einen freund in den bergen versteckt dann griff uns jemand an wer es war nicht das kartell es waren mexikanische spezialeinheiten wir fanden die leichen woher ist das es bis hier alles nun wie war es ein außenstehender von den mexikanischen spezialeinheiten und du nicht vielleicht war da du warst dort arschloch vielleicht war er es auch die spezialeinheiten wurden von außenseiten unterstützt wer war das wir wir haben sie gehört einige auf englisch sie waren mit gringos wie ihm amerikanische söldner namens shadow company ja bach arbeiten mit söldnern zusammen diese spinche es siehste ich hatte recht es waren die gringos hast du beweise für diese shadow company im bäßil Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Revisa mi bucio. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Philip Graves. Phil Graves. Phil Graber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Den Iraner. Er will Hassan. Woher weiß er das? Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht. Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeig dir dieses nutzlose Glück umzubringen. Bitte vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Komm schon, Guero. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sin nombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher. Los Barqueros operieren schnell. Ich bin im Pentos bei El Sin Nombre. Wann treffe ich El Sin Nombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich hab das Gefühl, El Sin Nombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Du wirst hier warten. Sub. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sicher. Dann komm mir klar, Mann. Wir brauchen dies draußen. Bien. Gib ihm eine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro. Du auch, Kumpel. El Sin Nombre ist im Pentos. Dritter Stück. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Chia. Wozu eine Maske? Manche Chia sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Ghosts sind drin. Wie seht's aus? El Sin Nombre ist im Pentos. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns gehen. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Ränder. Zweiter Stock. Hast gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Pentos. Ich komme so oder so nach oben. Guida, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist denn in der Garage? Keine. Du kannst noch einen Weg nach oben suchen oder diese Wache folgen. Deine Entscheidung. Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Ich bin im zweiten Stock. Diego ist in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Alejandro. Ich bin im zweiten Stock. Ich bin im zweiten Stock. Ich bin im zweiten Stock. Hab die Schlüsselkarte. Gute Arbeit. Komm zum Aufzug oder in den nächsten Stock. Aber sei leise. Benutze die nur, wenn du musst. Sonst gibt es eine verdammte Schießerei. So, sie kommen. Du musst da sofort weg. Ich habe ein Wurfmesser gefunden. Gut. Damit sollst du stunden entdeckt bleiben. Achtung. Sie haben einen gefunden. Die Wachen wissen, dass ich hier bin. Die Wachen wissen, dass ich hier bin. Erster Stock ist still. Sie reagieren kontrolliert. Ich bin in der Ecke. Sch driedupfüge. Ich bin in der Ecke. Was ist fest? Ja,ácig. Türi ist offen, na los! Na bitte. Es ist so weiter, hermano. Sin nombre, Ferdir, dizes das a Yaren. Le vendí su nombre al diablo. Heute holen wir sie zurück. Hasta la muerte. Ay. Sicherheits control de voraus. Wie kommen wir da durch? Vertrauen mir. Identifikation. C-4, tengo al otro visitante. Endoskopkamera ist bereit. Finden mi heraus, wer will sin nombre. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Die Lieferung aus Spanien kam pünktlich an. Ich... Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und die Pakete da sein werden. Sin nombre. Estás preparado para otro visitante. Feliz viaje. Mache. Muy bien. Empezamos. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist el sin nombre. Valeria? Bist du sicher, hermano? Ja. Wir müssen handeln. Ray, sin nombre gibt dich al Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Jack. Ghost. Wir brauchen Silevent. Was ist denn hier hinter der Tür? Lass ihn nicht entkommen. Auf den Boden, das ist normal. Ich krieg auch niemanden, Kapital. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano, ¿qué pasa? Valeria, ich kenne Sie. Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starkes Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barser Halle, du verlogenes Mischo. Hey, wir haben probado, Comandante. Ja, ja. Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunden Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira, Estri. Sie ist ex-Militär. Wir dinden zusammen. Andere Trupps? Selber Einheit. Ihr wart die Wilden, ha? Los Barqueros. Wir waren die seriösen Senores y Senoras. Bist du der Sache mit dem Son von La Araña? De acuerdo? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña Vollstrecker kein Blut vergessen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfalle in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarius. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Ziehe es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Karacho. Puta madre, Alejandro. Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt eure Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mach ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles. Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich geb dir zehn Sekunden, dann zeig ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung, lass sie mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas-Temme, Largania. Deal. Und bis dahin, bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelware-Versteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit drei Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Grave, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Bohrinsel voraus. Okay, das ist unser Ziel. Der Lose 1 und 2 zu den Einagdpunkten. Lachen wir uns selbst sein. Alle Stationen, Schiff in Sichtweite. Das Land, alle Vorbereiten, bleibt auf dem Tag. Wenn Valeria nicht flügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilft ihr. Gott hilft uns allen. Reichshand für alles. Könnte eine Falle sein. Also, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Ich will eine vollständige Eindämmung. Alles klar, drei Alcantara im Inneren. Geh mir rein. Soap, nach rechts, alles sicher. Bauen gesichert. Kommen wir raus. Verstanden. Ziel 1, unterwegs zu südwestlichen Triff. Geflüchtet, gerechte Leute. Alles klar. Zwei Minuten. Geflüchtet, grüß dich. Sicher. Verkommt hier, ganz oben. Ghost. Sie sind unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Sie sind rein, Walter. An am Bord. Lenzrenate geworfen. Hörpings, Cabrones, wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort überwacht haben. Zwei bestätigt unterwegs. Wir müssen los. Shadow 1, Ghost. Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtert. Wir sagen, Status, over. Ghost, wir signalisieren dem Schiff. Sie werden die Archete starten. Wir sind in erster Stufe. Wir haben noch Zeit. Alle Shadows, alle Shadows. Was geht das? Stopp, den Heli-Fan. 3-1, begreift das. Die von Deckung. Zwei bestätigt. Die von Deckung. Bitte. Geh nach oben. Los. Kommando, hier ist Shadow 1. Torinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Feuchern, bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wird. Wo ist die Steuerung? Im verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Alejandro, Feuerschutz. Lauf mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Ich geh vor Steckung, Hermano. Einhaken, Stott. Alle Einheiten. Raketensteuerung. Wir sind nicht wiederholen. Raketensteuerung. Auf der Brücke. Verstanden. Los, los, ausrücken. Los, hier ist 0-1. Wieder ein Wasser. Nehren und Sonderposition. Verstanden. Wir stehen unter Beschuss. Euer Empfang betreut. Verstanden. Andeck, müssen wir zur Brücke. Schnell. Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete. Klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rappe. Wir sind die Rappe. Stürzen wir uns ins Feuergefecht. Ein Kantal auf dem Tor. Die Raketensteuerung ist auf der Brücke. Wir müssen den Start verhindern. Halten mit raus. Heißen von der Voreinfall auf Wasser. Führen Sie nach oben vor. Verstanden. Okay, rutsch los. Wir sehen die Brücke. Wir sind vorbelebt. Über die Rappe. Wir sind in dieser Tür. So, Träger. Unter der einzige Deckung. Achso, dass du nicht der Kwestern. Wir sind auf dem Weg. Wir bringen das auf dem Tor. Nein, der Verkennung ist das vielleicht. Ich weiß auch nicht die Brücke. Sieh allein. Wir kämpfen uns zum Einpark vor. Danke. Wir sind die Brücke. Schöne auf die Echze. Folk, allegene. Hau da nach. Röntgen vor. Wir kennen Sie. Schöne auf die Container. Schöne auf die Container. Ich bin auf die Ecke. Ich bin auf die Ecke. Sie ist ausgeprägt. Die Hauptnäher. Familie, hinter der Steck und wir sprengen die Tür. Ich sehe den Brückeneingang. Sie ist weg. Ich sehe den Brückeneingang auf. Ich sehe den Brückeneingang. Vorrückung, Soap. Nächster Raum. Sicher! Bewegung! Ich wollte jetzt zwei Dengen auf, ja? Positiv! Hier ist Shadow 1. Rücken zum zweiten Dengenburg. Kontakt! Soap, in den Korridoren flakier sie. Das war's. Raum gesichert. Korridor sicher. Sicher. Granate! Die Treppe rauf! Nein, wir rücken zur Brücke vor. Ich fliege in der Landung. Los, rein da! Okay, haben die Steuerung. Klicken und sein. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Fuck. Wir können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruch-Code? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm! Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando. Bitte warten. So prannern die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr. Also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Wendrinn. Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel. Wiederhole, räumt die Bohrinsel. Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute. Verstanden in Bewegung. Los, an die Steuerung, So. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Login zu umgehen. Sozemodus, um den Login zu umgehen. Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technik-Magie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Sevi, Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle. Achtung, gleich knallt es. Rakete abgefeuert. Wir sind durch diesen wunderschönen Scheißer. Heilige verdammte Scheiße. Alessandro, alles okay? Alles okay? Alles okay? Hier ist alles gut, Entwarnung. Gold Eagle, hier Shadow 1. Treffer. Treffer. Rakete und Bohinzel zerstört. Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also. Nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der... Es ist zu weit, Graves. Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Wer weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich? Cabron! Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden... verhaftet. Graves, was soll das? Los, Johnny! Verschwinde! Sau! Geh! Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Das ist ein Mistcad. Findet sie! Das ist ein Mistcad. Danke! Das ist ein Mistcad, wenn du dich nicht mehr tun. Nein! 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 Guck mal, ich schicke. Ja, Frau Piedrich. Nein! 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 Hier ist Bravo 7-1, sende blind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Aber wo steckst du, Ghost? Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. 2-0. Meine Männer sollen alles absperren. Bist du verletzt? Soap oder Hassan hier sind, entkommen sie uns nicht. Verstanden. Männer, alles abriegeln. Mir geht's gut. Finden wir heraus, wie gut es dir wirklich geht. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tipp. Wo bist du? Da ist deine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren um zu überleben. Graves und Shadows sind auf einem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Du es. Scheißdreck. Unsere Männer haben korrupte Bullen in der Nähe gefunden. Wir sollten uns mit ihnen unterhalten. Verdammte Scheiße. Armer Kerr. Hab ein Seil. Das ist dein Anfang. Such weiter. Hab ein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Jahrelange Übung. Das Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut. Halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los. Komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Als bald. Na los. Tenemos más policía. Bullen, die fürs Kartell arbeiten, wa? Zeigen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen, Sir. Der Teufel aber auch. Versteht dich. Pass auf dich auf. Ich habe eine Stirnlampe gefunden. Nicht weit weg von ihrem früheren Besitzer. Gut. Aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Auf. Uff. Graves Gewahrsam. Wenn er noch lebt. Alejandro ist nuestro hermano. Wenn er lebt, ist er auf unserer Seite. Pass auf, wem du traust, Sergeant. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat, Lieutenant. Wenn ich mal groß bin, will ich werden wie du. Du willst besser sein als ich, Johnny. Guter Scheiße. Guter Scheiße. Was zur Hölle ist da oben los? Guter Leser. Nur der Hund im Schlafzimmer. Ich sehe hier nichts. Bleibe hier. Und für den Fall. Wie ist die Lage? Bin draußen. In einer Gasse. Bleib am Rand und sei unauffällig. Verstanden. Vielleicht kriegst du was zum Angeben hierfür. Meine Orden. Brustgold. Tote Feinde sind meine Orden. Du wolltest doch einen Sieg? Glückwunsch. Du hast gewonnen. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Ich bin auf Scharfschützenposition im Kirchturm. Finde den Weg zu zählen, dann scharf es vielleicht. Nein. Hör mir, Cabron. Du hast einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Ihr arbeitet gerne für die Narcos? Wegen der Kohle? El Dinero, hombre? Und verboten. Und verboten. Und verboten. Und verboten. Graves treibt Cops zusammen. Er ist jetzt richter geschworener Unterlenker. Wasche. Gut für eine Ablenkung. Moment. Wir sollten die weiße Fahne essen und reden. Wasche geworfen. Hat super funktioniert. Ich hab keinen Schiss, Bro. Aber ich bin auch nicht blöd. Tut sich da was? Hier ist es ruhig. Habe etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Könnte ich gebrauchen. Könnte ich gebrauchen. Ich habe Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Wunderbar. Alles ruhig. Eine Mausefalle. Müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschlag. Aber es wird genügen. Sag mir, dass ihr was habt. Ihr Wied ist sicher. Wunderbar. Wurst. Fehlt dir ein Messer? Mehrere. Glaub ich eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier entlang gekommen. Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen. Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Bin dir wohl ans Herz gewachsen, was? Nicht dem geringsten. Hast immer noch viel Boden vor dir. Dein Shadow vinegar. Nett. Hab seine Waffe. Gute Arbeit. Du kommst voran in der Welt, Johnny. Wähle deine Ziele und Schüsse weise, Johnny. Waffen machen Lärm. Ein Königreich für einen Schalldämpfer. Nutze das, was du hast. Klug. Das ist der Trick. Was zur Hölle? Ich sehe nach, was da los ist. Kein Sichtkontakt zum Ziel! Hupfjord! Diesen Arsch mit der Maske und den anderen Kobalt. Die sind irisch. Hab ich dir doch erklärt. Also gut. Der ist einer von solchen die Röcke tragen. Die nennt man Kills. Ich weiß nur, das ist ein Typ in einem Kleid. Alles sicher hier. Scheiße, was seid ihr? Fuck! Komm schon, McTavish. Ghost. Alles sicher? Scheint so. Halt weiter die Augen auf und komm zur Kirche. Hi. Fühlst dich schwach, was? Ein bisschen wirklich, Sir. Ja. Graeves wollte uns töten. Wäre kein Wunder, wenn du etwas durchhängst. Finde einen Sting. Der gibt dir einen Schub. Schiff wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut. Verwischt deine Sporen. Ich geh rein. Sehr schön. Das ist ein... Jetzt sind wir im Geschäft. Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Katze, Johnny. Johnny. Graeves legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Graeves befolgt Befehle. So oder so. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Präzise und tödliche Schüsse lösen gewöhnlich solche Dinge. Im Augenblick sind wir hier nicht sicher. Im Augenblick sind wir nirgendwo sicher, Lieutenant. Sohn des gottverdammten Teufels. Das ist praktisch. Wer sucht, der findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Ich bin im Kaffee. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen als Gegenseite für unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen. Ja, Sir. Negativ. Ist doch hässlich. Ganz im Gegenteil. Das bezweifle ich. Da sag ich nicht nein. . Zu weit war es. Was haben wir denn hier? Ghost. Soap. Rate mal, was ich gefunden habe. Mehr Durchschlagskraft? Check. Deine Lebenserwartung ist gerade gestiegen. Ihr zwei, check das Lagerhaus. Ohne Waffe wird in der Hand. Ich habe Klebeband. Sehr nützlich. So ein Geschenke verpacken? Sozusagen. Behalt es am besten. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Warte. Meiden, hörst du mich? Hey? Kannst du mich hören? Ja. Was ist vor? Alles vor. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh, Salsa! Ist das Jason? Herr Jason, sicherlich. Kontaktiert mich, wenn Sie weit finden. An alle Schattel-Brüte ist der Feinde in der Leer. Seid auf alles gefasst. Herrlich. Jetzt ich hoch. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist erledigt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was? 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 Sie ist durch die Kirche. Hi. Gut. Du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Die Shadows sind überall. Ich halte sie auf, bis wir uns vor der Kirche treffen und ein Fahrzeug für die Flucht sichern. Roger. Zeig sie Ihnen, Johnny. Wir sind fast da. Wer suchet, der findet. Fuck! Du hast zu. Alle Shadows. Ich habe einen bei der Kirche. Heilige Scheiße. Ghost, weißt du das? Wer sonst? Jetzt geh ich. Na mal eine Pause, mein Mann. Wer denn? Johnny, ich habe Besuch in der Kirche. Die sind nicht so weich, die hier. Komm, ich werde es auf sein. Ich werde es auf sein. Ghost! Sau. Kontakt direkt vor uns. Weg, Baby. Wir brauchen ein Fahrzeug. Wir nach. Bleibt wachsam. Sie wissen, dass wir hier sind. Und dass wir es sind. Sie schicken mir. Auf die Gasse achten. Johnny, bleib in der Nähe. Schau nach einem Fahrzeug vor uns. So, ein Pickup voraus. Das Licht ist lang. Er läuft. Ich sehe ihn. Ich fahre, Johnny. Beifahrerseite. Gut, Johnny. Du hast es geschafft. Wir zusammen, LT. Festhalten. So, kann man es auch machen. Zurück! Danke. Fahr. Wo sind wir? Alejandros Versteck. Er hat mir den Standort für Notfälle genannt. Und wieso nicht mir? Weil es nicht nötig war. Zählen meine Notfälle nicht? Rückplatte. Hat Alejandro gelegt. Cleverer Mistkerl. Da. Bleib stehen. Wer ist da hin? Wer ist da hin? Rodolfo? So. Ghost. Ihr lebt. Sieht so aus. Schön euch zu sehen, Amigos. Igual, Amigo. Guter Wort. Wo wart ihr, Jungs? Auf der Flucht. Ich war auf der Flucht. Ghost hat gewartet. Ghost hat gewartet. Versteht sich? Nein. Ja. Wir sind ein Team. Wir alle. Ich hatte das Kommando. Und jetzt brauche ich Hilfe. Niemand kämpft allein. Was ist mit Graves los? Wissen wir nicht. Las Almas korrumpiert alle. Uns nicht. Vorerst sind General Shepard, Laswell und alle, die nicht hier im Raum sind, als Feinde zu betrachten. Mit einer Ausnahme. Alejandro? Wir brauchen ihn. Wenn. Graves hält ihn hier fest. Sein ganz persönliches Gefängnis. Mein Team ist auch da drin. Wie kriegen wir sie frei? Wir brechen ein. Genau deshalb liebe ich Ghost. Das alleine wird nicht reichen. Gut gesteckt. Okay. Mein Mann. Wir brauchen was zum Fahren. Möglichst gut gepanzert. Alejandro hat an alles gedacht. Das hat er. Holen wir ihn raus. Das alte Gefängnis liegt abgelegen außerhalb von das Almas. Warhofs Sicherheit. Wurde aber geschlossen, als die Narcos übernahm. Es gibt keine Landebahn. Aber rechnet mit Hubschraubern. Wir fahren zu einem Absatzpunkt und dann zu Fuß zum Einstieg. Hier. Sollten die Türme bemannt sein, müssen wir sie zuerst ausschalten. Und dann die Mauer mit Seilen hoch. Was ist mit Kameras? Im Sicherheitsraum gibt es Überwachung. Damit spüren wir Alejandro und den Rest deiner Männer auf. Teilen wir uns auf. Während Rudy Al sucht, helfe ich über die Kameras Ghosts Sprengladung zu platzieren. Ablenkung und Sabotage. Sehr schön, Johnny. Hab von den Besten gelernt. Sobald wir Alejandro und Los Barqueros gefunden haben, sammeln wir uns und befreien sie. Wir nehmen Waffen für meine Männer mit und kämpfen uns auf dem Weg wieder raus, wie wir rein sind. Noch Fragen? Oh, warten wir. Grace lässt den Ort abriegeln. Rechnen mit Patrouillen im Außenbereich. Ohne Zweifel. Sind wir bereit? Waffen, Munition und Sprengsätze eingepackt. Ich hab den Wurfacken. Starkseile? Check. Check. Hoffentlich lebt Alejandro noch. Tut er. Mir nach. Nach links. Ein Pfad. Folgen wir ihm. Rudi. Wie lange kennst du Alejandro schon? Zwanzig Jahre. Haben uns zusammen gemeldet. Der härteste Kerl im Regiment. Ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Wir haben immer gesagt, ein Unico, die kann Marta, auch Alejandro, ist Alejandro. Was heißt das? Das einzige, was Alejandro umbringt, ist Alejandro. Moment. Ich sehe das Gefängnis. Patrouillen im Außenbereich. Wir müssen sie ausschalten, um reinzukommen. Zwei Scharfschützen. Erster Turm. Soap. Du nimmst einen, ich den anderen. Shadow erledigt. Gut geschossen, Hermanos. Ich flankiere sie und wir räumen das Feld. Rudi, hilf mir mal. Noch nicht. Ein Heli ist im Anflug. Sieht aus wie eine Vorratslieferung. Ich sehe sechs Shadows. Bestätige. Drei beim Fahrzeug. Zwei dahinter. Einer auf der rechten Seite. Erledige die beiden am Fahrzeug zuerst, damit die anderen nichts sehen. Guter Plan. Soap. Auf meinen Zeichen. Erledige den mit der Kappe. Bereit. Check. Drei. Zwei. Eins. Bestätigt. Zwei weniger. Bin unterwegs. Nimm die zwei rechts vom Fahrzeug. Ich greife den auf der anderen Seite an. Sicher. Alles sicher. Zum Fuß des Turms vorstoßen. Das ist unser Zugangspunkt. Leise bleiben. Nimm die drei befinden. Jetzt da hoch. Eingeknekt. Vorgehen, Lieutenant. Soap, Hütze. Jetzt du Soap. Probe nicht feuern, leise sein. Hai. Vorgehen, Lieutenant. Oben. Verstanden. Folge dir. Auf zum Sicherheitsraum. Zusammenbleiben. Such nach einer Luke mit einer Leiter. Gefolgt mir. Zu mir ist er auf. Runter und rein. Ei, komm mal runter. Über hier. Alle fänden. Los geht's. Das Überwachungsgewäde für die Kameras ist gerade aus. Unten bleiben und Beeilung. Zwei drinnen. Schalten wir sie aus, bevor sie ihre Amigos rufen. Hier rein. Auf dein Zeichen, Sob. Gesichert. Wir suchen mit Kameras nach meinen Männern. Und finden Alejandro. Wir brauchen Ablenkungen. Ich platziere Sprengladungen außerhalb. Sob, du führst mich durch. Geh an die Kameras. Ich bin dran. Ich auch. Bin weg. Passt auf mich auf. Verstanden. Viel Glück. Sob, sag Bescheid, wenn ich das Tor passieren kann. Sicher. Los. Greif auf die Kamera da vorne zu und such nach Bedrohungen. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Gute Nacht, Arschloch. Shadow auf dem Balkon. Kann's losgehen. Einer auf der linken Seite. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Und ich sag's ihr noch. Bleib besonnen, Sergeant. Sie tragen Panzerungen. Ich muss nah ran. Müllcontainer zur Rechten. Zeit, den Müll auszubauen. So verdammte Scheiße. Einer auf Patrouille. Innerhalb des Stacheldrahts. Verpass ihm ne Kugel. Beweg dich, Ghost. Einer in der Ecke. Waffe ist unten. Schießen, um zu töten. Gegner neutralisiert. Geh hinter den Truck. Ein guter Platz, um eine Ladung zu platzieren. Wie sieht's aus? Weg los, Lieutenant. Bestätigt. Bombe platziert. Und weiter. Los, Lieutenant. Alles sicher. Es ist sicher. Geh auf die Seite der Kiste. Zeit für eine Ablenkung, Lieutenant. Dein Spezialgebiet. Lichter aus. Nach rechts. Er geht auf die Elektrik zu. Es sei denn, er trifft mich auf dem Weg dorthin. Jetzt. Ich bin ziemlich gut daran, oder, Lieutenant? Ich kenne Bessere. Wen? Mich. Geh hoch. Sicher. Los. Warte dort. Bestätige, wenn die Luft rein ist. Geh weiter. Geh runter. Ich sehe ein Pickup, der los im Schalt hinaus. Am Boden. platziere die Ladung. Zwei erledigt. Bewege mich. Los jetzt. Augen und Grafain vor dir. Zeit für eine Blutabnahme. Shadow am Boden. Grünes Licht. Los jetzt. Los jetzt, Ghost. Ghost. Vorwärts. Ich empfehle deine Klinge. Er ist am Boden. Keine Gefahr. Beweg dich. Du brauchst eine Ablenkung. 2 kommen auf dich zu. 2 kommen auf dich zu. Du nutzt dein Messer. Erwischt. Zurück ihm etwas Scharfes. Schlaf gut, Arschloch. Der MTW sieht reif wie eine Bombe aus, Lieutenant. Du kannst die Ladung platzieren. Bestätige. Geh an die Mauer. Geh hoch. Einer ist dir am Weg. Nimm dein Messer. Guter Abschuss. Schieß auf ihn. Nein, ich hab da was anderes im Sinn. Verdammt schön, Sir. Geh nach links. Geh hinter den Truck. Beweg dich, Ghost. Shadow, rechts. Mit dem Messer, Lieutenant. Typisch, Ghost. Weg los, Lieutenant. Gute Arbeit. Wir sind hier fertig, Johnny. Haben wir Alejandro gefunden? Perfektes Timing. Ich hab ihn. Wo? Moment. Verdammte Scheiße. Das ist er. Er ist ein Einzelhaft. Zwei an der Tür. Ich seh sie. Ghost. Wir haben ihn. Er ist allein. Zwei Shadows auf Wache. Nicht mehr lange. Treffen vor dem Zellenblock. Wir holen ihn raus. Verstanden. Sind unterwegs. Gute Arbeit. Igual, amigo. Alejandro, Alejandro hätte uns auch geholt. Ist auch in Ikea. Schnell. Vamos por unos placeros, Cabron. Prost, wie ist dein Status? Komme zu euch. Verstanden. Wir sind unterwegs. Auf den Gutschpaar beachten. Sieht aus, als wären wir außer Sichtweite. Zellenblock. Eingang voraus. Shadows versperren den Weg. Schicken wir sie zur Hölle und gehen rein. Hölle ist sicher. Versperrt. Röchen wir sie auf. Nein, Rudy. Klopfen. Mir nach. Beide im ersten Stoff. So, wir beschäftigen sie oben. Rücke vor. Die Bewegung. Fall am Boden. Ich folge dir draußen. Alejandro ist hier oben. Gäng. Alejandro ist den Flur runter. Rechte Seite. Mit Gegenwehr rechnen. Machen wir sie fertig. Mö, die Chisamre. Da ist Alejandros Zelle. Öffne sie. Ich gebe Deckung. Johnny, sobald ich dieses Schloss knacke, stürmst du rein. Dafür sind wir gekommen. Alejandro! Korone, bleib ruhig. Wir sind es. Soap. Rudy, Ghost. Hast du gedacht, wir lassen dich her? Warum habt ihr so lange gebraucht, wenn der Ghost... Der Himmel ist von Shadows, das wird die Hölle. Bekämpfen wir Feuer mit Feuer. Es sind mehr Vaqueros in den Zellen oben. Holen wir sie raus. Oder le dir nach, Rodolfo. Hast du Graves hier gesehen? Nein. Ich habe vor, ihm einen Besuch abzustatten. Ach, ich auch. Sie haben in Wachen auf allen Getassen. Bereithalten. Einsatzschilde! Soap! Sie mit egal was! Hijos de puta! Erledigt alles, was ich... Ich glaube, wir sind sicher. Los Vaqueros sind in diesen Zellen eingestellt. Wir sind da, Vaqueros. Zeit nach Hause zu gehen. Wir sind hier, Hermannos. Wir holen euch raus. Brechen wir die Türen auf? Wir sind elektrisch verriegelt. Schalterst du dem Kommando posten am Flurende. Wenn dabei. Hörale! Mis Hermannos, hasta la muerte! Schalze Parra hat Waffe. Nimm eine und warte hier. Comandante, ¿estás vivo? Wer ist von euch mit mir? Bendito sea! Ninguna Prisión puede retener a los Vaqueros. Vielleicht da. Hm. Das war das Paiserno. Stiften wir etwas Chaos. Oh, die Shadows wissen von uns. Hörsel! 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 Aufhörsel! Hörsel! 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 Ein großer Raum. Schockt aufhör, dass du Luf reinnist. Den Spichandel, Coronel. Kann du bedrohen? Und der Dürsamen. Ist mit deinem Schloss verriegelt. Ich mach das. Hä 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 hä. Wenn das macht, wird alles gewappnet. Auf dein Zeichen, Kamer. Waffenzahl für Mammels. Die Treppe führt nach unten und raus. Wir schließen uns einander an und verschwinden von dir. Fahrzeuge präpariert. Ghost hat Sprenglasungen für unsere Flucht angebracht. Ich kann's so nicht Johnny nennen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Ja, die werden die aber durchgeschlossenen. Ich weiß nicht, da kann es nicht mal blöde. Ich kann's nicht mal blöde. Du bist nicht noch blöde, dass du einen Hof ging. Und ich habe es nicht gelungen. Es geht los und es macht Bogen. Ein Geschirr in Deckung. Ihr macht das schon. Durch das Gebäude, linke Seite. Diese Shadows sind verrückt. Seltener, Johnny. Verdammte mächtige Ernst. Scheint ruhig zu sein. Nehmt alles, was wir im Kampf brauchen können, Johnny. Ich kümmere mich zum Feuerschutz von oben. Wartet, ob wir Zeiss sind. Bestätigt. Alles gut. Roger. Wir rücken auf. Die Männer sind in den Hof sicher, um rüber zu kommen. Dann mal los. Jetzt kommen noch mehr, Sie haben nicht drin. Und wir können. Geil! Da ist ein Feld, das wir zum Flankieren nutzen können. Wir müssen weiter und über die Mauer. Hört ihr das? Es ist Price. Was darfst du? Wir bringen euch aus, verstanden? Laut und deutlich, Price. Wir kommen zu dir. Wer ist das? Zingas oder Madre? Mein Freund. Ich mag ihn jetzt schon. Los! Alle Bakedos zum Mauer. Achtung! Seile bereit. Bindet sie und klettert auf. Roger. Für den Moment sind wir sicher, aber Shadows sind unterwegs. Verlasst euch drauf. Sergeant McTerthish. Schön, dich zu sehen, Captain. Ghost. Garrick. Price. Woher wusstet ihr? Laswell. Als Shippard untertauchte, hat sie uns informiert. Laswell. Ein Fake-Singer-Brandon. Colonel Vargas. Das sind Captain Price und Sergeant Garrick. Danke für die Hilfe. Meine Männer brauchen Deckung. Gas. Ghost. So. Überwachung. Sofort. Fahrzeug auf der rechte Seite. Fahrzeug zerstört. Rudy, schick deine Männer nach rechts. Schönen sie. Wenn es in diesem Turm Waffen gibt, benutze sie. Mehrfahrtschein gekommen. Blöder Himmel. Seht euch das an. Ich hab einen Granatwerfer. Halt, der Waffe! Wir setzen uns Feuer. Wir bringen sich nicht an die Seile hoch. Wenn sie oben sind, ziehen wir ab. Schraubstück aus den Dächern. Schönen wir auf. Das war's für ihn. Gute Arbeit. Vamos! Fasten rapidus, solange die Luft reinhebt. Wir sind start, klar, Coronel. Lasst uns hier verschwinden, Hermano. Die Mauer runter. Wir verschwinden. Schaub. Schnapp dir das Seil. Den wir vertreten. Die zwei gehören uns. Check! Vodolfo, nimm den Truck, mit dem wir gekommen sind. Warte, ja. Machedos, zu mir! Rudy, treffen beim Haus! Ja, Coronel. Viel Glück! Captain, wir nach! Verstanden. Gas, fahr! Wenn dabei! Ghost, schau! Wir machen das! Alles rein! Schraub! Schraub drauf, Gas! Shepard hat uns auch fliegen lassen. Der hat Graves und seine Shadows geschickt, um uns zu töten und los Backeeros zusammenzutreiben. Wir wissen wieso. Aswell hat ein bisschen gegratet. Was habt ihr gefunden? Die Wahrheit. Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpften. Die Mission lief nicht wie geplant. Was transportieren wir diesmal, Grace? Ich müsste dich töten, wenn ich dir das sage. Ich wette, das würde er auch. Es ist wie eine Milchlieferung, Jungs. Waffen für die Guten. Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier. Versaut es nicht, dann regnet es Boni. Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid. Jep, 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 jep. Shepard wartet auf einen Bericht. Lass die nicht hängen. Ende. Drei Container. Ganz schön viel Milch. Durstige Freunde. Ende. Shadow 2, ein Gold-Igel-Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7, Zulu. Keine Probleme. Kommando. Okay. Liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen. Igel Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Ericsson. Was ist los? Da ist dein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Graves, Vans, Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Los, aus dem Weg! Das gefällt mir nicht. Sein Arabisch ist furchtbar. Yata Harak! Bin völlig, bin völlig! Di Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Bin dabei. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus, so? Rans, Di Paolo, los, helft ihm schon. Was zum Henker! Kontakt! Drei reiches Stott! Feuer frei, Di Paolo! Wer zum Henker sind diese Typen? Komm her ab! So! Schuss! Mehrere Tote! Kontakt hinten! Ich habe die Bedrohung aus, Teddo! Ihr Gold-Evil-Kommando. Keinen Fall! Augenruf in die Gebäuden! Auf den Dach! Raketenwerfer! Wir sind hier weg, los! Wir sind auf Tiggels! Wir sind überall! Wer zum Glück, wer sind die? Tomato, er bitte eingreifst, Rufa. Negativ. Wir kämpfen mit den Taten, die wir haben. Laterals, sie brauchen Hilfe. Sie sind meine Hilfe. Kümmer Sie den Druck. Das sind russische Zeugner! Was zur Hölle drehen die da draußen? Alle Einheiten, wir haben russische Söldner hier draußen! Rufa, Kümmer Sie den Druck. Die Feinde sind russen! Kümmer Sie den Druck. Es sind so viele Braves, wir brauchen Verstärkung! Komando, meine Jungs wird sich löchern. Sie brauchen Luftunterstützung. Können wir nicht, Braves, oder nicht? Mist, Brotard! Ericsson. An alle Stationen. Vents. Fuck. Vents. Ich will die Situation einzudämmen. Das heißt, keine Berichte über diese Operation. Graves! Ja, nur meine Männer werden von Russen... Sie haben den... Die Situation ist nicht unter... Die Russen exekutierten den ganzen Trupp und fingen die Shadow-Kommunikation ab. Sie erfuhren, dass Shepard dahinter steckte. Russland gab die Raketen Hassern. Shepards Absichten waren gut, aber die Lieferungen waren illegal und unter der Hand. Er und Graves begruben es. Die Vertuschung ist immer schlimmer als das Verbrechen. Wir kamen ihm zu nahe. Und das würden sie nicht zulassen. Drei Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur zwei gefunden. Hassern hat noch eine. Wir müssen sie finden. ...wieso? Jeder hat Geheimnisse, Kapitän. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke. Es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur zwei gefunden. Es gab drei. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit Ihnen, hä? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur Ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss. Und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John. Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich nochmal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie. Orale, Baqueros. Pong mal Atención. Gut, zuhören. Wir erobern euer Hauptquartier, holen die Gefangene und töten Commander Graves. Wann? Jetzt. Dieser Kampf geht gegen unsere Leute. Wir sind nicht 1-4-1 oder Los Baqueros dabei. Wir sind ein Team. Ghost Team. Schön, dich zu sehen, Simon. Seid ihr dabei? Nehmt eine Maske. Wenn nicht, nicht. Meine Truppen kennen die Fuerzas Speziales Anlage besser als Shadow. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht. Sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Basses mit zwei Ghost Teams. Team 1 bestet aus Captain Price, Gas, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Baqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Helly. Mein Pilot bringt den Captain rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Eingangsdorf feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves vorgöpfen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier und wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Gas und Isvaleria suchen und in Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus. Vier Ghost zum Tunnel. Okay, Ghosts funktionieren noch. Verstanden, wie hast du hier Status? Ein Kilometer vom Tor mit Zopp und Ghost. Okay, durchschalten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Gas, gib Deckung. Abmarsch. Feuerfreigabe, Hermanos. Achtung. Ja. Moment, hört. Fall. Alarme. Vermutlich mit Sprengladungen verbunden. Pinze Güero, Graves. Mal sehen. Vierfrau. Schamte Scheiße. Erst wie ein Spießhotenlauf. Wir werden uns hier in Zelfen müssen. Roger. Cuidado. Fertig. Gut. Da kommen sicher noch mehr. Achte auf das Geräusch. Die Letzter verwegen Sie es. Die Räume blockieren Sie. Wir können das abpassen. Gute Idee, Kava. Ich hasse sowas in meiner Basis. Wenn wir Gräß finden, lo matamos despacio. Dein Auftritt, Gäß. Hab's. Da kommen sicher noch mehr. Halten wir vor. Meine Männer nutzen dieser Tunnel. Wir würden die Fliehen und ausheißen. Erinnerst du dich an Training, Vakero? Wie könnte ich das vergessen, Commander? Wir wurden gut ausgebildet. Du bist ein guter Soldat. Wenn das hier vorbei ist, kochen wir Alpastor auf meiner Rand. Psst. Weiter. Wir sind nicht allein. Schade aus. Wie viele? Drei. Nimm den Kerl rechts. Gut geschossen. Das reinste Labyrinth hier unten. Gut, dass du mich hast. Talan. Der Riffs hat Fallen geleckt, aber die Codes nicht geändert. Er hat nicht mit uns gerechnet. Was ist hier drin? Da kommen wir in den Zettungsschuss. Achtet auf weitere Ladungen. Und die was? Nach dir. Dufte ich da runter. Kontakt! Hubs, gehen wir. Wir machen geradeaus auf der Restenseite. Nicht heuern. Wir sind im Zentrum der Basis. Wir sichern uns an den Gubschrauber und bringen dich in die Luft, Captain. Gas, folge mir. Ich bin direkt hinter dir. Bin hinter dir. Zwei von vorne. Schalten wir sie aus. Guter Schuss. Bravo 6, der Helli gehört hier. Bring ihn hoch und bleib auf Empfang. Si, Signor. Alejandro, ist dein Pilot gut? Er ist der Beste. Viel Glück, Captain. Yes, wir gehen rein, mir nach. Wie läuft der Code? 627, hoffentlich ist er noch kultisch. Perfekt, wir sind drin. Wir sind rein, mir nach. Ghost, eins ist drin. Ist der dicht. Schnapp ihn dir. Alle Ghosts, bin in der Luft und habe Sichtkontakt. Verstanden, Bravo 6. Zwei nähert sich dem Tor. Ihr habt Feuererlaubnis, wenn das Ziel markiert ist. Wir glauben, Graves hält im Hauptquartier die Stellung. Drinnen teilen wir uns auf und lassen die Luftunterstützung aufräumen. Sobald die Shadows fliehen, suchen wir Graves und tüten ihn. Komprämmendes? Vollkommen, Lieutenant. Alle Ghosts, bereit halten für Durchbruch. Soap, schnapp dir den Richtlaser und markiere Ziele für Price im Heli. Dann losgehen. Roger. Das Sicherheitsnall ist zu unserer Linken. Mehrere Shadows halten Wache. Das ist das Ziel. Feueranfrage. Ziel markiert. Ziel erfasst. Waffen frei. Gut geschossen, Bravo 6. Verstanden. Auf zum Hauptquartier und findet Graves. Alejandro, nutze das Kars, um an Valeria zu kommen. Zu mir. Los, los! Wenn Graves im Hauptquartier ist, müssen wir ihn finden. Also weiter nach oben. Feueranfrage. Position basiert. Feueranfrage. Erschmer sich. 1 Feuer von unterhalb des Turms. Schaltet sie aus. Freiheit für Luft ist. Zill markiert. Erfacht. Geschaffte unterwegs. Der Turm schlürt frei. Aufgeschaltet. Feuer von unterhalb des Turms. Geht durch die Unterkünfte zum Hauptgebäude. Zehlt wie Abschuss markiert. Zehler fass. Schüsse abgefeuert. Geht durch die Unterkünfte zum Hauptgebäude. Die Unterkünfte zum Hauptgebäude. Geht durch die Unterkünfte zum Hauptgebäude. Entdeckung! Keine Wechseln, das Morgantin! 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 Tessa! Sicher! Valeria! Alejandro! Jackpot! Jetzt sichern wir die Position, bis Ghostsop und Rudi Graves hallen. Gerstern Bravo 6. Gefangene sicher. Roger. Lass abbleiben. Wir holen uns Graves. Apropodolfo, die Tür kurz? Nein. Er hat was klein wenig Stärkeres. Versperrt. Rudi, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alle Städten. Wenn ihr Graves seht, ausschalten. Hey, Rudi. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbringen. Drei, zwei, eins. Einsatz. Kontakt! Erster Stock! Er haut ab. Ihm nach. Los, los, los! Alles okay? Hier ist dein vierster Stock. Bewege! Graves entwischt! Sieht aus, als könnten wir weiter. Zum Kontrollraum. Da ist ein Ausgang an der Rückseite. Graves muss da raus sein. Bewege! Und dann finden wir ihn. An alle Einheiten. Achtung! Graves ist über die Mauer. Erschiedenwaffe! Sind getroffen! Sind getroffen! Price! Wir stirfen ab! Wir stirfen ab! Heilige Scheiße! Captain! Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf! Ich hab dich! Weiter! Machen wir das Arschloch fertig! Nimm meine Hand! Ghost, kommst du? Nein! Price und der Pilot brauchen Hilfe! Macht ihr zwei das! Da! Das ist nicht unserer! Heilige Scheiße! Graves hat dein scheiß Panzer! Scheiße, ja! Schaut, als würden die Jäger so gejagten! Wenn das kein Arschritt ist! Ganz kaum erwarten, den Bastard zu grillen! Das ist unser Trainingstilent! Hier gibt's jede Menge Zeit! Zieh dich um! Das ist C4 Sound! Schalte Graves Panzer damit! Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Ombres angelegt, McServish! Komm raus und lass uns drüber reden! Hattet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt! Spielen wir beschissen, dann kriegt Ficus! Einer von euch Idioten muss als letzter sterben! Dann lass es das wohl sein! Fick dich, Graves! Du hast deine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten zu! Das mag ich an dir! Graves Panzer ist durch Sprengsätze verwundbar! Halt weiter drauf! Du bist Shepherds Schoßwut! Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen! Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs! Abhauen oder gewinnen! Wartet mal, welche ich wähle! Ich bin nötig! Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so! Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt! Du hast diese Uniform getragen! Die Uniform war ein Käfig! Diese Haut habe ich abgestreckt! Wie eine verfickte Schlange! Wie ein verdammter Soldat, Junge! Du musstest in deine eigene kleine Armee aufbauen! Weil du es in der echten nicht gepackt hast! Das sieht das amüsant an! Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo! Das hat dein Gräfst geläutert! Mein Erstaun! Dein Weg führt geradewegs in die Hölle, Junge! Ich sagte ja nicht aus, aber du wolltest mich drücken! Dafür wirst du hängen! Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny! Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe! Das geht für euch beides! Das können wir von euch nicht behaupten! Der Panzer allein ist schade! Triff ihn nochmal! Hey, Rodolfo! Denk bloß nicht los! Uno! Contro! Uno! Sinds du Amigos! Denn das sind sie nicht! Elos! No le guste uste! Cuando este es completo! Los Amigos werden los Vagueros fallen! Lassen wir eine heiße Kartoffel penden! Oh! Comprende? Mal haben! Keepauten. Der Vagueros verankert wird! Aber ich werde noch mal wegverladen. Los! Ich kann hier auch zurück! Ja. People! Ja! Los! 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 Ihr schafft's, Sob. Dank dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Sob und Ghost. Ich bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's, Price? Ist sauer, hat ne gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro, die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Was ist passiert, mein kleiner Barquero? Hast du einen Krieg gestartet? Der Ball scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern Ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt hab ich nicht. Ich hab Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpion de la Verga. Ich hab euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Senores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt dein Ziel auf dem Rücken. Nein. Das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das aus allem, was und dann findet es pendejos pa fuera. Vorerst. Gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. Halt in Gara. Los macht den Transportklar und Rulessua. Hassan und die Rakete sind in Chicago. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan hab. Denn was davon könnt ihr beweisen? Geh. Du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles gut, amigos. Los. Los. No te pierdas, Karnal. A huevo. Nelson Nombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffenausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit dem Marine Civil in Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mehr. Während Gers und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Roger 1 am Bravo 6, Kommando. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers. Gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los. 05 bestätigt. Bravo 6 2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entlang. Wo mehrere Al-Katal-Einwinnerung. Ghost Überwachungsposition. Roger, sind unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Bewegung. Bewegung. Bravo 6 unterwegs zum Einhackpunkt. Verstanden. Fünfe Melkgeschoss in Stellung. So, pack dich ein. Ghost, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Verstetigt. Gebe Lichtsignal. Sehe es, Lieutenant. Was hast du? Zivilisten. Geisern. Hassan gewinnt Zeit. Ihr beseitigt alle Gefahren. Bravo 3 sichert die Geisern. Treffpunkt auf der Zieletage. Zwei Akku unterhalb. Wechsle notfalls die Position. Freigabe für Angriff. Sicher. Bravo 3, 5-5 gesichert. Verstanden. Etage 5-5. Gehe rein. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, eine auf dem Flur. So bist du für den Feind sichtbarer. Verstanden. Verstanden. Noch einer. Verstanden. In Position auf der Zieletage. Fünf Ziele auf der nächsten Etage. Drei in Bewegung, zwei stationär. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Da sind fünf von Ihnen. Bravo 5-1 gesichert. 07. 07. Verstanden. Sie sind unterwegs. Price. Alle Geisern sicher. Verstanden. Auf der Serveretage sammeln. Ladung platziert. Weg da. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Startlos. Pricewell, was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was. Die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Kleine Spur von Hassan. Vorwärts. Nach dir, Sob. Gehen wir zum Savarum. Hey. Schätze ausgeschaltet. Schätze ausgeschaltet. Ich hole ihn, dass wir nicht auf! Los, los, los! Sicher! Sicher! Alle Einheiten! Ziel negativ! Weiter zum Kontrollen! Schuss! 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 Zum Kontrollraum. Sammeln. Verfluchte Scheiße. Er ist weg. Sichtkontakt zum Kontrollraum. An alle Einheiten. Kein Hassan. Kontrollraum war viel Anzeige. Ghost. Hast du was? Bestätigt. Möglicher Sichtkontakt. 46. Etage. Verstanden. Wir sind unterwegs. Zurück, Sergeant. Habt dich ein. Der Einstiegspunkt ist vier Ebenen tiefer. Bravo-Einheiten. Fünf steigt auf der vierzigsten Etage ein. Verstanden. Drängen ihn zu euch. Ziehen wir die Schlinge zu. So, sobald wir die Steuerung haben, musst du die Rakete entschärfen. Verstanden. Das ist nicht mein erstes Mal. Verstanden. Das ist nicht mein erstes Mal. Ich kann dich nicht decken, Sergeant. Komm hier rein. So, da draußen gibt's keine Deckung. Das war's für ihn. An alle Bravo-Einheiten. Achtung, Hassan. Bewegt sich auf der Treppe nach unten. Verstanden. Jetzt, er kommt noch erst zu. Kaum noch Munition. Verstanden. Hadi! Hallo! Scheid, wo haben die Kratzen? Tschö! Ja, kepft! Scheid! Geh었! Scheid! Scheid! Joach def hüttet. Dez Sch fall dir aus! Sieihl! Scheid! Scheid! Sicher! Los zur Treppe! Gerd, Lagebericht! 07, Zielsitz in der Falle! 46. Etage! Verstanden, wir kommen zu euch! Gerd, Lagebericht! Zu mir, Sergeant! Stoßen wir zur Treppe vor! Die Treppe runter! Bewegung! An alle Einheiten! Rakete ist krass! Ich wiederhole, die Rakete startet! Nein, nein, nein! Fluchte Scheiße! Watcher, was ist das Ziel? Unbekannt, wir arbeiten dran! Verstanden! Wir holen uns das! Hier lang, Sergeant! Gerd, wo ist Hassan? Ende des Ganges! Hassan ist hinter diesen Türen! Dann holen wir auf und packen ihn ein! Hassan! Wo ist Hassan? Wo ist Hassan? Wir haben ihn in diesem Raum festgesetzt. Folgt mir! Hassan ist hinter diesen Türen! Ich schieb eine Kamera da rein! Sogt, identifiziere Hassan! Wir brauchen die Steuerung! Ich krieg sie! Bist du okay? Alles gut! Los, du schaffst das. Soap, los jetzt. Watcher. Hassan hat die Steuerung. Wir sind an ihm dran. Verstanden. Achtung, die Rakete ist unterwegs nach DC. Uns bleibt nichts hier, es heißt, sie umzulegen. Pass an, bitte, letzte Kabine. Über die Aufziehstabine kommst du da runter. Die Kabine wird nicht halten. Spring runter. Du bist tot. Scheiße. Soap, wie ist dein Status? Bauetage. Steuerung gesichert, aber Waffe verloren. Verstanden. Bleib aus der Sicht. Verbinde mit Watcher 1. Scheiße. Soap, die Rakete wurde gestartet. Du musst dich herngesteuert zünden. Das habe ich noch nie gemacht. Ich leite dich da durch, aber es dauert es nicht. Öffne die Steuerung, wenn du bereit bist. Okay, ich bin bereit. Scheiße. Das Ziel ist DC. Schon verflucht. Sartre, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Ihr Peter schreit. Sartre, die Steuerung hat ihr Ziel fast erreicht. Du musst die Sequenz vervollständigen. Geh in Sicherheit und öffne die Steuerung. Wir müssen sofort handeln. Als Soldat ist es meine Pflicht, eure Aktien zu verantworten. Steuerung gesichert, aber Waffe verloren. Verstanden. Bleib aus der Sicht. Verbinde mit Watcher 1. Soap, die Rakete wurde gestartet. Du musst sie ferngesteuert zünden. Das habe ich noch nie gemacht. Ich leite dich da durch, aber es dauert etwas. Öffne die Steuerung, wenn du bereit bist. Soap, such dir einen sicheren Ort und öffne die Steuerung. Sergeant, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Okay, ich bin bereit. Scheiße. Das Ziel ist DC. Scheiße. Koordinaten 38. Minus 77. Das ist das Pentagon. Er hat es auf Shepard abgesehen. Nein, Shepard ist weg. Ja, na ja. Als Soldat ist es meine Pflicht, eure Aktionen zu beantworten. Aktiviere zuerst den Diagnose-Modus. Drück Clear und Mode gleichzeitig. Ich bin drin. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest vier Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Ah, mit. Zeile 2, Spalte 3. Prozentzeichen. Öko, Sierra, Papa. Das hat geklappt. Jetzt drück links und Clear zum Überbrücken. Jetzt kommt schon verflucht. Links und Clear, Sergeant. Verdammter Mist. Drück links und Clear zum Überbrücken. Ich hab euch gesagt. Eure Aktion wird brennen. Jetzt kommt schon verflucht. Drück links und Clear gleichzeitig, Soap. Verdammter Mist. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Moment. Sergeant, die Rakete hat ihr Zielschatz erreicht. Du musst die Sequenz verständigen. Wir sind eure Henker. Sergeant, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Jetzt sind wir in einer Heimat. Wie fühlt sich das an? Hä? Soap, such dir einen sicheren Ort und öffne die Steuerung. Okay, ich bin wieder da. Na, los. Letzter Schritt. Letzter Schritt. Drück link, sobald das grüne Licht an der vierten Position ist. Sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke. Los, los, los! Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laiswell. Wo ist Hattern? Nicht allein. Es sind Al-Qa-Tala waren bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. In der hochheiligen, verfluchten Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Ich brauch bloß ne Waffe. Wie eine? Nein. Wie in alten Zeiten. Was, Lieutenant? Das wär's gestern gewesen. Das war gestern. Jetzt ein kalter Messer. Du hast wenigen Schaden anrichten. Du hast es mit gepanzerten Kämpfern zu tun. Du betäubst sie besser, bevor du einträgst. Fahrt und genutzt Feuer! Tiefhund! Hörerbein betäubt! Nimm die Klinge und steck zu! Statt! 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 Das ist kein Angriff, sondern eine Invasion. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nun Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Melden... CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrate's nicht. Akku. Iran. Kartelle. Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich hab mir die Russen näher angeschaut. Ist ne schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein. Ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Makarov. Untertitelung. BR 2018 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 Salat, bitte. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018